Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Roman Stars Podcasts, heute mit Band 37. Tom. Und nicht nur Tom, sondern auch Henry ist wieder mit am Start. Und natürlich auch der gute Benni. Hallo an euch alle. Ja, hallo. Ich bin zurück aus Water 7, sozusagen. Gerade bevor die Aqualaguna noch gestartet hat. Genau, richtig. Und ja, hallo auch natürlich Benni. Hi Leute. Ja, schön, dass du wieder da bist, Henry. Danke. Hast du irgendwelche Erfahrungsberichte aus dem Real Life Water 7 mitgebracht? Naja, es ist halt schon cool, wenn man gerade wirklich hier in dem Thema ist, praktisch mit Water 7. So ein bisschen diese Vergleiche oder Rodas Inspiration aus Venedig, so ein bisschen dann vor Ort zu sehen. Ich fand das damals schon cool, als der zweite Assassin's Creed Teil rauskam. Der hat nämlich in Italien gespielt, in der Toskana. Und genau in dem Sommer waren wir da halt, also damals noch mit den Eltern halt. Aber dann halt auch wirklich in so kleinen Dörfern. Ich glaube, San Gimignano oder so hieß das Dorf. Und das kam einfach auch in Assassin's Creed dann vor, in diesem zweiten Teil. Das war so cool, das dann nochmal nachzuspielen. Oder halt so ein bisschen diese historischen Bauten, die man dann halt auch noch in unserer Zeit sehen oder betrachten konnte, dann da zu sehen. Und nicht ganz so, aber auch so ein bisschen abstrakter jetzt ja hier mit Water 7 und Venedig. War schon cool. Alleine so diese ganzen Kanäle so oder halt auch wirklich, du hast an jeder Ecke hast du irgendwie diese Shops gehabt, wo du halt diese Masken kaufen konntest. Was ja hier in Water 7 auch ein großer Faktor war tatsächlich. Aber keine Jagger Bulls? Nee, keine Bullenmasken, keine Bärenmasken. Eher wirklich so, ja so mehr so Phantom-der-Opa-mäßige Masken. Oder halt diese typischen, wie diese Ärzte mal rumliefen damals mit diesen Krähen. Die Pestmasken. Genau, mit diesen Krähenmasken. Sowas hast du ja ganz früh gehabt. Gab es eine Galera Company irgendwie? Eine Firma, die Schiffe baut da oder? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber der Mietwagen, mit dem ihr gekommen seid, wäre fast auseinandergenommen worden von so Hooligans. Ja, genau. Ja, Jagger Bulls waren natürlich auch ganz normale, wie heißen sie? Gondoliers sind das, oder? Gondeln, genau. Die Gondoliere sind ja die Leute, die dann da drauf stehen. Macht es nicht, kostet 80 Euro, falls ihr mal in Venedig seid. Da paddel ich lieber selbst. Nee, es gibt halt auch so ganz normale motorbetriebene Wassertaxen. Und die haben dann irgendwie, ich glaube, die kosten dann so je nachdem, wo du hin willst, so drei bis neun Euro. Ich hätte jetzt gesagt, 80 ist halt schon krass. Ja, das ist richtig krass. Ich hätte jetzt gesagt, ja okay, so 30. Okay, aber so 80 ist ja schon. Das ist richtig krass. Haben wir auch nicht gemacht, aber das machen trotzdem unfassbar viele. Ja klar, für die Experience irgendwie so. Das ist halt auch fürs Instagram und so. Ja, genau. Sie ist so, ah, der Typ steht da und paddelt. Wie lange fährt man dann? Also ist das dann so eine Stunde, ist das eine halbe? Gute Frage. Also du hast halt wirklich in diesem Zentrum von Venedig ja überall diese Kanäle. Und ich glaube nicht, dass er dann alle Kanäle mal abfährt, aber so, ich glaube, das ist so ein bisschen auf Zeit. Okay. Dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, aber genau weiß ich es nicht. Und dann fährt er dich da halt so ein bisschen rum und irgendwo lässt er dich dann halt wieder raus, wenn die Zeit hoch ist. Das kostet dann, glaube ich, nochmal extra. Ach. Weil wir haben nicht viele gesehen, die gesungen haben, aber hin und wieder hat man halt mal welche vorbeifahren sehen, die gesungen haben. Und da haben wir uns schon gedacht, irgendwie, ja, das kostet wahrscheinlich nochmal irgendwie extra. Für 80 Euro, hätte ich gesagt, singt er auch so. Ja, ich weiß es nicht. Also kein Gewehr, vielleicht macht er es, aber. With the sound? No. Ey, das war krass. Da waren auch, wir mussten halt dann zum Bahnhof, um zu unserem nächsten Stopp zu kommen. Und dann, ja, kannst du halt nur über Brücken. Da fahren ja keine Autos. Ah, der Seetrain. Der Seezug. Ja, genau. Mit dem Seezug, mit dem Puffington, mussten wir dann weiter. Aber da fahren ja keine Autos. Das heißt, wir mussten da halt zu Fuß und dann halt auch dementsprechend teilweise überbrücken. Und da sind dann auch teilweise richtig große Brücken. Und da waren halt dann immer so Dudes, die halt uns die Koffer da rüber tragen wollten. Ja, Mann. Aber logischerweise halt auch gegen eine schmale Mark oder so, ne. Also dann auch irgendwie, glaube ich, 10 oder 20 Euro oder so. So viel wir sie kriegen, Henrik. Ja, wir haben das dann, also ich habe das halt sofort geahnt. Und dann haben wir halt auch gesagt, so, nee, nee, lass mal stecken. Wir tragen das schon selber rüber. Das ist halt wie die Rose, die einem bei Restaurants manchmal vor die Nase gehalten wird. Naja, aber abseits davon, sehr coole Stadt kann man empfehlen, solange sie noch da ist. Ich glaube, ewig wird sie nicht mehr existieren. Die Real Life Aqua Laguna, aka der Klimawandel kommt. Und so sieht es aus. Aber ich glaube, damit kann man doch wunderbar auch starten in diesem Band. Von dem realen Venedig in das so gesehen, ja, fiktive Venedig. Die fiktive Adaption davon. Ich hoffe, bei dir hat halt kein Verwaltungsgebäude gebrannt. Irgendwann nachts, als ihr da wart. Nee, der Bürgermeister war zum Glück auch noch in Ordnung, glaube ich zumindest. Wahrscheinlich korrupter als der, aber in Ordnung. Aber dieses coole Add-on, was Water 7 hat, das, was Venedig noch fehlt, ist halt in der Mitte der Springbrunnen, der halt in mehreren Phasen halt so in die Spitze geht. Das fehlt da natürlich noch. Können sie ja mal bauen, vielleicht. Vielleicht kann Oda das mal in Auftrag geben. Mit seiner Fortune, die er durch One Piece hat. Ich wette, Oda ist jeden Tag schon am Überlegen, so, okay, wenn der Manga zu Ende ist. Ich weiß, ich habe genug Geld, um eine dieser Inseln nachzubauen. Welche? Welche, welche, welche? Und der überlegt sich die ganze Zeit, so, ich habe einen Freischein. Baue ich Gekke hier in die Lobby nach oder baue ich Thriller Bark nach oder vielleicht Water 7? In die Lobby ist auch krass, ne, mit diesem Loch da einfach. Mit dem ewigen Tag, das wird er sich vornehmen. Das baue ich mal nach. Ja, mit dem Loch und dem Tag. Du brauchst so 200.000 LEDs einfach, ne? Und ein riesiges Tor. Ja, vielleicht, Leute, in so... Und dreiköpfigen Typ, der Leute judgt. Ja, das auch noch. Und zwei Riesen, die das auf und zu machen. Zehn Jahre, zehn Jahre, dann haben wir das in der Realserie. Wenn dann Ines Lobby dann kommt und wir uns denken, okay, krass, wie werden sie Ines Lobby animieren? Kurze Frage noch zur Realserie, bevor es dann mal wirklich auch in den Banner Talk geht, weil es wird jetzt im Moment so viel drüber geredet, aber es gibt immer noch kein Release, ne? 31. August. 31. August geht's los. Wird im Trailer auch erwähnt. Netflix Action. Yes. Ah, okay, das hab ich irgendwie vercheckt. Acht Folgen, Titel sind auch schon bekannt. Genau, das weiß ich. Und im Endeffekt einfach hieß Blue Saga. Ah, ich wusste alles zu dieser Serie, außer dem dummen Release Date. Okay, 31. August, da geht's dann los. Die Titel waren mir jetzt auch noch nicht bewusst. Ich hab mich so ein bisschen gefragt, machen sie, ähm, machen sie A-Long-Arc, machen sie da zwei oder drei Folgen raus? Zwei Folgen hat das. Das eine ist, glaube ich, Ankommen mit Namis Flashback oder so. Oder eine Folge hatte irgendwas mit Namis Flashback auf jeden Fall zu tun, aber es sind zwei Folgen. Gerade diese ganzen Early-Sachen sind eine Folge. Ja, das dachte ich mir. Dann ist wahrscheinlich noch Locktown zwei Folgen? Ich glaube, Locktown, vielleicht müsste ich nochmal nachschauen. Es sind auf jeden Fall acht Folgen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Locktown in einer Folge durchgeht. Und Reverse Mountain war ja die letzte, ne? Genau, ich glaube tatsächlich, das Ende der Serie wird halt der Schwur sein, wie sie halt hochfahren. Das hat man auch im Trailer schon gesehen. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, weil wir haben ein paar Kommentare bekommen, ob wir die Serie besprechen oder ob wir auf den Trailer reagieren. Natürlich haben wir den alle gesehen, aber Trailer-Reactions, hm. Haben wir nicht schon ein bisschen drüber geredet? Ja, wir haben ein bisschen drüber geredet, aber das Ding ist, wir reden über die Serie, wenn sie da ist. Dann können wir sie beurteilen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Da könnt ihr euch mal drauf freuen. Da können wir, glaube ich, auch einen Special-Podcast machen. Ja, safe. Auf jeden Fall. Das wissen wir doch hier als One-Piece-Podcast. Da müssen wir auch über die Realserie dann reden. Ja, und dann kann man ja mal gucken. Vielleicht wird das ja auch echt mal ein längerer Podcast, wo wir uns dann auch ein bisschen Zeit nehmen. So die Folgen auch gucken, die Folgen einzeln besprechen oder vielleicht es als Stück machen. Muss man mal gucken, weil je nachdem, wie umfangreich die Folgen sind. Wir wissen ja auch nicht, was uns erwartet, weil die paar Sachen, die ich gelesen habe, das sind paar Sachen schon nicht wie im Manga sind. Also, dass bestimmte Charakter vorher auftauchen, als sie im Manga auftauchen und so, damit es einfach für die Story mehr Sinn macht. Also, es wird nicht eine komplett faithful Adaptation, aber... Sorry. Nee, alles gut. Gibt es, ist das volle Casting bekannt oder gibt es, blöd gesagt, noch Surprise? Nee, die meisten hat man schon eigentlich schon... Also, es kann jetzt nicht sein, dass jetzt irgendwie noch Whitebeard auftaucht oder so. Das Casting wäre bekannt gewesen. Also, es ist, sagen wir es mal so, das Einzige, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, es ist ein bisschen adaptiert worden. Das, was ich gelesen habe, die Leaks, die da sind, sind einfach ein paar Szenen, sind ein bisschen umgeschrieben, damit sie für die Realserie Sinn ergeben. Aber ich fand jetzt nichts davon, was ich da gesehen oder gelesen habe, falls das alles stimmt, dass es irgendwie Game-Breaking ist. Es gab jetzt keine, jetzt beim Cast keine Charaktere. Whitebeard hat jetzt nicht Captain Morgan besiegt. Ja, Whitebeard nicht. Nee, das weiß ich, aber das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ja schon irgendwie einen Cast für Jinbei oder so. Nein, 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 nein. Aber sie haben auf jeden Fall... Ja, und das fand ich halt cool, weil ich glaube, das ist halt typisch dieses... Du wirst Szenen ein bisschen umgestalten müssen. Wer, wo, wie, auf was trifft irgendwie. Weil, klar, so eine im Manga kann oder das zeichnen, wie er will. So in der Story musst du ja... Das ist ja auch so erzählen, dass Leute, die es nicht kennen, irgendwie halt eine Connection zu diesem Franchise, zu der Story halt aufbauen. Von daher finde ich das auch null schlimm, dass das der Fall ist. Aber je nachdem, wie die Folgen dann werden, können wir uns auch entscheiden, ob wir dann einen Podcast dazu machen, ob wir zu den Folgen einen Podcast machen, je nachdem, wie viel es dazu auch zu erzählen gibt. Weil kann auch sein, dass halt 95 Prozent wirklich einfach eins zu eins die Story ist. Und dann erzählt man das einfach in einem Podcast. Dann macht man sich mehr ein bisschen lustig drüber, wie es halt dargestellt wurde, vermutlich. Oder wie die Leute aussehen. Zum Beispiel jetzt, wo du sagtest, Darsteller sind bekannt. Man weiß ja auch noch nicht, wie... Also Buggy hat man ja zum Beispiel gesehen schon. Aber zum Beispiel in Aarlong weiß man ja noch nicht, wie der aussieht. Aber weiß man, wer der Darsteller ist? Ja, Schauspieler kennt man alle schon. Also ich kenne die Namen jetzt auch von den meisten. Selbst Dragon und so wurde schon als Schauspieler verkündet. Und da gab es ein bisschen Uproar, dass da so ein bisschen Leute gesagt haben, okay, schwierig, weiß ich noch nicht, wie ich mir das so vorstellen kann. Weil sieht halt dem Schauspieler von Ruffy halt nicht sehr ähnlich. Wodurch dann halt so ein bisschen sich gefragt wurde, okay, wie kann das sein? Aber ich finde es nicht schlimm, weil am Ende kannst du halt durch... Das ist richtig, sieht Dragon Ruffy auch nicht ähnlich. Ja, so Kopfform ist schon so ein bisschen... Das sind halt die Haare und so. Der Schauspieler hat halt kurze Haare. Auch da so dieses... Aber sieht man ihn eh nicht nur mit der Kapuze in dem Arc. Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass man das gut lösen kann. Ach, ich finde, das sind die kleinsten Probleme. Wenn man das Tattoo in der Fresse hat und irgendwie geil, fies, weißt du, also so mysteriös, bedrohlich rüberkommt, reicht das nicht. Ich finde übrigens auch... Ich finde das immer sehr schwierig, wenn man es zu nah hält am Original. Zum Beispiel bei der Nami-Darstellerin. Da dachte ich mir so, das sieht halt einfach aus wie eine Cosplayerin. Das hätten für mich nicht die knallorangenen Haare sein müssen. Das hätten für mich auch natürliche Haare sein können. Ja, oder du... Ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, dass du halt auch einfach jemanden castest, der halt vielleicht natürlich rote Haare hat, wo es dann nicht so seltsam aussieht. Oder halt irgendwie gucken, dass es halt einfach nicht so knallig ist. Ich habe mir zum Beispiel auch neulich den Dungeons & Dragons-Film geguckt, der ja auch rausgekommen ist, jetzt irgendwie vor einem Monat oder so. Und da hast du halt auch einen Charakter, der halt rote Haare hat. Aber da merkst du halt, okay, die haben halt jemanden gecastet, der halt einfach rothaarig ist. Und das passt einfach nicht. Haben sie safe, natürlich, weil man darf nicht unterschätzen, diese Realserie, da wurden, glaube ich, da wurde sehr, sehr lange gecastet, wer die Charakter werden. Und ich würde einfach mal behaupten, es gab sicherlich viele in der Auswahl, die halt die Haarkriterien erfüllt haben, dann aber wahrscheinlich aufgrund von schauspielerischer Leistung wahrscheinlich dann es nicht geworden sind. Also ich frage mich auch gerade... Aber dann geh doch den konsequenten Weg und sag, ja gut, da hat sie halt jetzt keine roten Haare, sondern halt, weiß nicht, braun. Ja, bin ich auch auf der Seite. True that. Aber gut, dann gibt es halt andere, die dann, wie zum Beispiel jetzt bei dem Sanji sagen, da fehlen mir aber die gekringelten Augenbrauen oder so. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da auch bei dir, Henry, dass halt, es muss nicht dieses, es muss nicht eins zu eins das sein. Es muss die Essenz des Werkes irgendwo sein. Es muss in dieses Medium übertragen werden, weil das wird die größte Challenge, dass du den Vibe und die Goofiness und diese, das, was One Piece so ein bisschen auch ausmacht, die Motive in diese Serie halt reinbringt. Und wenn sie das kriegen und ganz ehrlich, die englische Synchro hat mich nicht gecatcht, die deutsche schon. Es wird, by the way, auch die japanische geben mit den Original-Synchronsprechern. Die hab ich ja auch schon gehört. Ja. Die fand ich auch ganz cool. Daher, ich glaube, man muss halt da so seinen Take finden. Also gerade, wenn es einem auf Englisch nicht gefällt, dann auf Deutsch hören oder auf Japanisch dann halt, dass man die richtige Experience halt bekommt. Ich meine, ja, mach die Augen zu und du guckst halt den Anime, ne? Ja, ja. Also ich glaube wirklich, Daniel Schlauch wird das carryen, die ganze Serie auf Deutsch. Ja, same. Daher, ja. Aber lasst uns jetzt doch so langsam nach Water 7 kommen zu dem nahtlosen Übergang eigentlich vom letzten Band, wo halt Ruffy durch die Wand bricht. Wir sind immer noch in der Galera Company und wir wissen jetzt, wer die Assassine sind. Ich wollte nur kurz nochmal anmerken, auch hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hab mir extra die Mühe gemacht und auch den Band, obwohl ich ja letzte Woche leider nicht dabei war, ihn auch zu lesen, weil es auch einfach so ein geiler Arc ist. Es macht einfach Spaß, den zu lesen. Es ist so spannend. Und alleine diesen Reveal von den vier Impostern, so to say, den wollte ich mir halt auch nicht entgehen lassen. Der war ja schon im letzten Band. Oh ja, jetzt wo du sagst, wenn dieser Arc vor, sag ich mal, drei, vier Jahren rausgekommen wäre, wo diese ganze Among Us-Scheiße ganz oben war, dann wäre alles voll voller Memes. Sass, so Sass, Sass, alles Sass. Und Gottes Willen. Dann wären halt garantiert die Bilder, wo sie, also hier Luki und Co. halt in ihren Verkleidungen da stehen, wären dann wahrscheinlich einfach so richtig schlecht gephotoshoppt, wo dann diese Among Us-Scheiße draufkommt. Ja, selten die Raumanzüge. Scheiße. Aber ja, tatsächlich fand ich oder fanden wir ja auch, dass es eine ziemlich gute Staffel war. Und gerade auch letztes Band hat einen ja nochmal gut angefixt, finde ich, mit dem Finale, wo dann ja der Angriff auf das Gebäude war und da ja auch schon der Reveal sich langsam angedeutet hat. Und jetzt haben wir halt den Salat und die vier Impostor. Und das macht Oda hier halt, finde ich gerne, ich habe ja schon öfter darüber geredet, dass ich zum Beispiel auch die Frankie-Bande nicht so nett fand in den ersten Bänden. Und hier macht halt Oda auch diesen kompletten 180, wo ich mir in diesen Mangas vom Jahre, in diesen Jahren immer halt frage, so wie believable finde ich das? Weil für mich geht das in die Richtung von Tobi, der damals auf einmal böse wurde bei Naruto. Also der halt vorher so ein kindlicher, dummer Charakter war und auf einmal angefangen mit einer dunklen Stimme zu reden und irgendwie den Untergang der Welt zu planen. Und ich habe hier so ähnliche Vibes gehabt, so als dann auf einmal Kaku, Luki und so da ja die Seiten gewechselt haben. Wo ich mir denke, heutzutage, ich sage nicht, dass das scheiße ist oder so, aber heutzutage würde das, glaube ich, anders gemacht werden. Heutzutage würde man das, glaube ich, ein bisschen anders aufbauen. Aber was genau gefällt dir daran denn nicht? Du hast halt zum Beispiel diesen Kanjuro-Reveal, der halt deutlich, wie soll man es sagen, auf ein höheres Podest von Oda gestellt wurde zum Beispiel, der halt nicht innerhalb von einem Band stattfand, sondern ja innerhalb von mehreren Staffeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da halt im Kontrast zu solchen, sage ich mal, eher einfacheren Betrayals, die halt innerhalb von einer Staffel abgelaufen sind, sich so ein bisschen mehr Mühe geben wollte, da so diesen emotionalen Pay-Off zu geben. Weil ich finde halt hier in Water 7, so cool die Charaktere halt auch sind, die Frankie-Bande oder auch die CP9, die sind halt gerade so drauf, wie sie für die Story drauf sein müssen. Die sind halt brutale Gangster, wenn sie halt Lyssop verprügeln müssen, aber halt freundliche Idioten, wenn wir Mitleid mit ihnen verspüren sollen, weil sie von Luki zusammengeschlagen worden sind. Aber ganz blöde Frage, ist das im Real Life nicht immer so, dass du egal, wo du bist, andere Rollen spielst? Also du spielst ja bei der Arbeit eine andere Rolle, wer du bist, als wenn du privat mit deinen Freunden unterwegs bist. Und ich finde, wenn wir, ich weiß, das ist halt, kann man sich immer streiten, gerade bei dem Writing der Frankie-Family, aber wenn sie mit Frankie unterwegs sind, sind sie wahrscheinlich anders drauf und mehr goofy und mehr selbstsicherer, weil sie halt mit ihrem Boss unterwegs sind, als wenn sie halt auf, haha, wir sind jetzt die Gauner und Gangster, die halt irgendwen überfallen. Aber ich stimme dir zu, gerade bei denen finde ich es halt ein bisschen wacky, wie es geschrieben ist, ne? Ich finde, das beste Beispiel ist ja, finde ich immer sowas, wie zum Beispiel bei den Sopranos, so gegenüber der Familie verhalten sie sich halt irgendwie wie der liebe Dad oder auch gerade so gegenüber ihrer Mutter oder so, so wie voll der liebe Sohn. Aber dann, wenn sie dann mit ihrer... Wenn du dich erinnerst, wie Tony Soprano sich gegenüber seiner Mutter verhalten hat, Alter. Ja, das jetzt vielleicht nicht, aber... Oder wie Tuco mit seiner Abolita. Ja, das ist ein besseres Beispiel. Genau. Aber wenn, ne, wenn sie mit ihren Jungs oder so sind, sind sie halt komplett anders drauf. Also, ja, da ist schon was Wahres dran, ne? Dass man sich irgendwie anders verhält, je nachdem, wo man ist. Ja, ich glaube, man ist wirklich, je nach Social Circle, ist man halt einfach anders drauf, weil man da halt auch andere Insider hat, andere Dynamik, die da halt irgendwie halt ist. Ja, absolut. Ich finde es hier halt sehr interessant, weil dieser Vergleich mit Kanjuro, der ist cool, weil gerade dieser Kanjuro-Reveal oder dieses, wer ist der Verräter unter den Verbündeten, unter den Leuten, denen wir eigentlich vertrauen sollen. Wir haben ja da ja damals auf Sohn noch den Moment mit, ey, Reizo ist safe. Die sind, ey, die sind bereit, Körperteile zu verlieren, um halt einen Nakama zu behalten, um den zu beschützen. Und dass da drunter jemand die verraten haben soll, das war so gegen all die Werte, für die die Strohhutbande ja eigentlich steht. Das hat ja die Steaks noch viel höher gemacht. Genau. Und hier tatsächlich, ist ja natürlich ähnlich, weil für die Galera sind das ja deren Nakama, die sind ja, aber dadurch, dass, wie Viktor eigentlich schon richtig sagt, wir haben ja nicht so Investment, in die, wir kennen die seit 20 Chaptern, so uns juckt das halt nicht. Wohingegen so ein Kanjuro ja auf zwei, drei Inseln sozusagen mit dabei war, so man da mehr Investment irgendwie in diese Character halt hatte, wodurch diese Payoffs natürlich auch größer irgendwie waren. Aber hier tatsächlich finde ich es gar nicht so schlimm, weil sie sind ja auch die primären Antagonisten. So ein Kanjuro war halt eher ein Nebencharakter tatsächlich, der war dann so ein Supportive Character für Orochi und Kaido, dass halt immer in der Story erklärt werden kann, warum die beiden Infos hatten, die sie nicht haben dürften. Und hier ist es ja wirklich so dieses, hey, die sollen verprügelt werden, deswegen muss auch irgendwann recht early rauskommen, dass die böse sind. Und ich finde halt, ich stimme dir da vorhin ganz zu, so dieser Vergleich mit Kanjuro, dass man, weil der halt länger aufgebaut wurde, man da halt auch einfach so mit als Leser dann irgendwie so ein anderes Verhältnis jetzt aufgebaut hat, wie jetzt zum Beispiel zu einem Luki oder einem Eki, die halt, wie du schon sagtest, irgendwie ein Roundabout 20 Chaptern irgendwie vorkam. Aber Oda, finde ich, schafft es trotzdem, zumindest für mich, das so ein bisschen emotional zu transportieren, einfach durch Pauli, der ja auch schon sehr gefasst ist und der auch wirklich sagt, so ey, ich dachte, wir waren halt wirklich Freunde. Dann kriegt man ja auch so ein Flashback, so einen kleinen von ihm zu sehen, wie er dann irgendwie mit Luki und Bruno in der Bar rumblödelt oder mit Eki und Khalifa dann da auch so ein bisschen, ich glaube, Khalifa hatte dann da wieder irgendwie einen zu knappen Rock oder so an. So, ich finde, das hat Oda dann trotzdem, auch wenn es nur so ein paar Seiten oder nur ein paar Paneele waren, dann trotzdem irgendwie ganz gut noch durch Pauli irgendwie an den Leser transportiert. Ihr habt schon recht, ihr habt schon recht. Dadurch, dass du halt gerade auch den Pauli hast, der uns so ein bisschen erzählen soll, was da ja jetzt genau der Betrayal ist, wird es, finde ich, so ein bisschen aufgefangen. Aber ich glaube, das größte Problem ist halt im Endeffekt das anders als bei Kanjuro, wo es ja gut, dadurch, dass du mehr Zeit hattest, auch mehr Rätseln konntest, kam es ja bei denen jetzt wirklich aus dem Nichts, muss man ja schon sagen. Es gab ja null Anhaltspunkte, dass halt diese ganze Truppe, wir haben ja die letzten Bänder immer besprochen und wir sind ja auch nicht wirklich zum Schluss gekommen, dass da viel Hinweise gelegt wurden, außer halt das eine Bild, wo Khalifa alleine mit ihm geblieben ist oder so, wo es ja auch nichts wurde. So, deswegen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich dazu bewegt, zu sagen, dass mir das so ein bisschen plötzlich kommt und so ein bisschen unbefriedigend ist, dadurch, dass man die A nicht kennt und B auch keine Hinweise hatte und jetzt kommt dieser Twist und man ist so, ja, hm. Ja, natürlich. Eigentlich hättest du auch komplett neue Charaktere schreiben können und Luki und die anderen hätten lieb bleiben können und das wäre das gleiche, ähnliche Ergebnis gewesen. Das war ja sogar, dass Luki, zumindest laut den Interviews, gar nicht als der Luki geplant war. Wahrscheinlich gab es den Luki-Charakter und dann aber halt so, ja, cool, der passt da auch gut rein. Wahrscheinlich fand oder das Design, cool, ähnlich wie halt mit Vivi auch, ne. Es gab eine Prinzessin von Alabasta und es gab Miss Wednesday und dann wurde halt irgendwann Miss Wednesday die Prinzessin aus Alabasta und dann hat man einfach gesagt, ey, cool, den Plot, den ich der Prinzessin gegeben hat, den gebe ich jetzt einfach dem Charakter und dann passt das halt. Ja, so kommt es auch hier rüber, dass Oda halt das Design hatte und sich dann gedacht hat, komm, ich will die jetzt halt weiterführen und weiter mit denen was machen. Ja, weil ob es jetzt am Ende drei Assassine sind oder vier, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Die Story hätte auch mit drei Assassinen funktioniert. So, das ist ja immer so ein bisschen die Struktur. Und auch mit Assassinen, die wir nicht kennen. Genau, so und hier tatsächlich, das fand ich auch schade, dass man eigentlich gar nicht wissen konnte, wer es war. Ja. So, du kannst halt im Nachhinein sagen, ah ja, unter der Maske war der, unter der Maske war zwar der, aber du hast nicht, wie bei Kanjuro, da war es ja wirklich, du hattest Hinweise, wodurch du erahnen konntest, dass es halt Kanjuro war. So, dieses, allein nachdem die da aus der Vergangenheit in die Zukunft geschickt werden, sieht man halt diese Vögelchen, die Kanjuro immer zeichnet, die auf einmal wegfliegen, so, wo du halt schon weißt, dadurch hat Orochi halt erfahren, dass die halt jetzt in die Zukunft gekommen sind. Deswegen hat er ja die Jagd überhaupt erst auf die begonnen. Deswegen wusste er, ey, einer muss auf Sohu sein, weil das halt Kanjuro dem mitgeteilt hat. So, oder auch dieser Twist mit der linken und rechten Hand, ne, dass er halt, bevor der Reveal kommt, immer, ich glaube, mit der rechten Hand gezeichnet hat, also nicht seiner dominanten Hand, deswegen die Zeichnungen schlecht waren und dann halt den Switch mit der anderen Hand, wodurch dann er halt mit seiner dominanten Hand gezeichnet hat. Und es gibt noch unzählige Vorschädigungen, die ich jetzt aber gerade alle leider ein bisschen vercheckt habe. Es gab acht oder neun Stück und das finde ich halt krass, weil dann... Guck das Vorschädigungen. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall drei Jahre alt, aber immer noch akkurat. Das ist ja genau das, so, da konntest du rätseln und da hat im Nachhinein alles Sinn ergeben. Ah ja, klar war es Kanjuro. So, und hier fehlt das halt ein bisschen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was eigentlich in das Genre gehört, weil dieses Murder-Mystery, du sollst ja aller Detektiv-Connen immer rumrätseln und gucken, ah, ist es er oder ist es er? Ja, und im Best Case, wenn es wirklich überragend geschrieben ist, dann solltest du durch die Hinweise, die du hast, vielleicht selber vorher drauf kommen. Was sehr, sehr schwierig natürlich ist, aber... Ja, es fehlen halt wirklich die Hinweise, weil ich weiß nicht, ob ihr es genauso gemacht habt, aber ich habe halt auch einfach in diesen letzten drei Bänden probiert halt irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen, was jetzt ein Ecki sagt oder ein Luki. Okay, ich glaube, einen Hinweis hatten wir so ein bisschen, dass die da... Ja, dieser Ecki, ne? Genau, dass sie da irgendwie die Weltregierung so ein bisschen verteidigen, aber da ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel reininterpretiert einfach, aber ansonsten gab es die halt einfach nicht, diese Hinweise. Und ich finde auch gerade im Kontrat zu Detektiv-Connen, da war ja auch immer so der große Hebel, nicht nur, dass du mitraten konntest, sondern ja auch, dass der Täter oder die Täterin war ja oft auch eine emotional aufgeladene Figur. Es war dann oft so, was, der oder die? Aber nein, das ist doch so eine nette Figur eigentlich. Mr. Sakamoto. Ja, so dieses Klassische, so nein, was? So, aber das ist doch eigentlich der, der die ganze Zeit im Waisenhaus freiwillig gearbeitet hat. Er hat den Typen getötet, der das Waisenhaus hier schließen wollte. No way! Vorher oft waren das immer irgendwelche, irgendwelche unglücklich verliebten Dudes, die dann immer so, hat sie so scheiße behandelt oder so. Dass sie Selbstmord begangen hat, genau. So, und dann, ja, vor drei, vor zehn Jahren, so, dann gab es diesen Autounfall. Genau, aber da hast du halt wenigstens irgendwie eine Backstory, die dem Ganzen da noch Gewicht gibt und hier hast du halt diese Charaktere, die wir halt nicht wirklich kennen, die jetzt auch nur dadurch halt Wert gewinnen, dass Paulie halt mit denen eine Beziehung hat, aber Ruffy gibt keinen Fick, so, der Rest der Strohbande gibt nicht wirklich einen Fick und wir kennen die halt auch nicht, so. Deswegen, ja, ist es halt so ein bisschen cheap, aber mein Gott, wie gesagt, wir müssen uns überlegen, in welchem Jahr wir uns hier befinden und das ist halt so ein klassischer Shonen-Trope. Das war Peak und Shonen-Jump damals. Ja, ja, genau. Wie gesagt, Tobi bei Naruto war halt, ja, genau das gleiche Spiel, halt auch ein Charakter, der hat einfach einen 180er gemacht. Aber gab es da im Plot eine Erklärung dafür? Weil ich kann mich an die Szenen halt auch erinnern, aber ich bin ja jetzt natürlich nicht so in Naruto drin, wie ihr beide. War das dann... Dass sich Obito so trottelig als Tobi verhalten hat? Ja, genau, war das... Das hat ja in dem Moment aufgehört, in dem Daedara gestorben ist. Daedara ist gestorben, das war ja der Typ, Tobis Story ist ja, nachdem Sasori getötet wurde, wurde Tobi Daedaras neuer Partner und die haben zusammen rumgehangen und hatten auch so ein bisschen so ein Buddy-Dynamik, so Daedara, der Ältere, dem es ein bisschen auf den Sack ging, was Tobi macht, der ihn aber auch ein bisschen beschützen wollte und halt ja auch bei dieser Explosion, glaube ich, auch sowas gesagt hat, wie Laufwechsel, versteck dich, so nach dem Motto. Und dann ist er gestorben und dann kam der 180, dass dann Tobi, schrägschicht Obito, Akatsuki übernommen hat und dann ab dem Moment halt einen neuen Synchronsprecher gekriegt hat und halt komplett böse war, so und halt so richtig ohne Aufbau böse wurde, so. Und das war so ein bisschen seltsam. Er hat sich dann ja auch so auf einmal so sofort Kisame dann auch erkenntlich gezeigt, ne? Als hier, wie heißt er? Mitsu Kage auch noch. Kisame hat die Mitsu Kage genannt. Also halt so ein bisschen wie Blaubaschbube, der dann einfach böse werden wollte. Ja, es kam wirklich so sehr aus dem Nichts. Da gab es halt auch einen Nullaufbau. Und das war halt so ein Ding der Zeit. Aber warum er sich dann letztendlich, ich sag mal, für die Identität entschieden hat, so ein lustiger, trotteliger Dude, das wurde nie wirklich erklärt. Wahrscheinlich, weil das halt sein Charakter, sein echter Charakter war, wie er ja als Obito eigentlich ist. Als Kind. Als Kind, so als früher, wo alles cool war, war er ja im Endeffekt der Naruto 2.0 oder 0.5. So, der hat es ja genauso verhalten. Deswegen passt es schon. So, aber wie gesagt, so ein bisschen dieser krasse, krasse Schnitt, der war so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, die Sache ist, ich glaube, alle wollten halt Soul Society von Bleach nachmachen in der Zeit. So, da war es ja so der, der Twist war. So, und das hat halt dann vielleicht bei manchen mehr oder weniger gut geklappt. Ja, oder generell diese ganzen Rescue-Arcs, die es dann halt gibt, ne? Ja, das ist dann genau noch mal was anderes. Das kommt, da kommen wir hier nach dem Water 7 Arc halt hin, ne? Weil Robin sagt ja, ihr könnt mich mal alle hier an dem hier, der glänzt und da könnt ihr lecken, so, weil die hat keinen Bock mehr auf die Strohbande, ne? Und sagt, ich will nicht mitmachen. Ich glaube, dadurch macht Oda ein bisschen dieses, dass wir invested sind, indem er Robin da reinschreibt, ne? Da ist so dieses, ja, okay, die CP9 interessiert uns dann nicht so krass, zumindest jetzt noch nicht, sie sind halt Mystery und, oh, sie haben diese Formel 6 hier, die auch alle dann aufgezeigt werden, noch mal schön, äh. Wo dann wirklich, du hast dieses eine Chapter, wo einfach alles einmal eingesetzt wird, damit man weiß, ah, okay, das kann jeder von denen, ne? Ähm. Was ich aber auch ein bisschen tatsächlich schade fand, ist, dass, wir haben ja Pauli, der sich an diese Zeiten erinnert, ne? So, der dann sagt, ey, bla, wir waren ja eigentlich Nakama und jetzt habt ihr uns verraten. Das ist aber von der CP9, die sind ja wirklich alle eiskalt. weil es so keiner, ja, Bro, wir waren nicht Freunde. Das war so ein bisschen Ecki. So ein bisschen Ecki, ja. Ja, ein bisschen, aber auch nicht so krass. Also ich meine, an irgendeiner Stelle hat sich Ecki so ein bisschen entschuldigt, glaube ich sogar. Oder bedankt, bedankt, für die schöne Zeit oder so. Ja, das geht, bei Ecki geht, glaube ich, vieles so in diese Richtung von so, ey, ne, beweg dich einfach jetzt gerade nicht, so, bevor Luki noch sadistisch wird. Ja, genau. So, Luki ist so komplett, Alter, das war showig. Vielleicht, vielleicht, äh, verwechseln wir halt auch immer Eckis, äh, Professionalität mit Nettigkeit. Ja, ich glaube, eigentlich nur, so, ey, Leute, so, kein unnötiges Zerschnibbeln von Gegnern. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so ein Ecki ist halt auch halt die ultimative Killermaschine der Weltregierung, aber der ist halt nicht so wie Luki, wo es ja charakterisiert ist von, der liebt das richtig, der will das halt. Und ich glaube, Ecki ist halt einfach, Professor, ey, komm, ich will dich nicht töten, weil wir es nicht müssen. Wir haben auch gleich Feierabend. Ja, Feierabend, komm, bleib liegen, so, dann, dann machst du es mir leichter und ich sage einfach so, ey, war eine schöne Zeit, so, auch wenn ich es nicht so meine. Vielleicht, vielleicht ist Ecki auch einfach ein paar Jahre später da, ist irgendwie reingezogen worden in das Programm und hat ein bisschen mehr Empathie noch entwickeln können. Ja, vielleicht war Jabura ursprünglich da und der wurde nach einem Jahr gefeuert oder so und dann so, Jabura, wie hast du das hingekriegt? Ja, keine Ahnung, so anscheinend. Ja, weißt du ja, die haben, wen haben sie, die haben, ja, wobei, die haben eigentlich nur zwei Leute, ne, die haben halt Rob Luki und Ecki, die waren Schiffszimmermänner. Ja, Khalifa war die Sekretärin, so, und Bruno hat eine Bar geführt, so, das heißt, die hatten zwei Leute, die sich richtig reingefuchst haben eigentlich so in diese Craft. Wäre halt funny, wenn er wirklich, schau mal vor, so Eule oder so war vorher da und dann halt voll verkackt. So. Wahrscheinlich haben sie sich bei dem gedacht, der Dude sieht zu weird aus. Der sieht aus wie aus der Frankie-Family. Den können wir jetzt hier nicht einschleusen. Tja, oh Mann, ja, äh, who knows. In jedem Fall, ja, diese Vorstellung der Formel 6 fand ich auch ganz cool, äh, dass man da so ein bisschen das Bild dafür kriegt, äh, wie krass die sind und dass wir jetzt neben den Teufelsfrüchten eine neue Kraft haben, vor der wir Angst haben müssen. Und ich wette mit dir, Benni, du hast genauso wie ich davor gesessen, als, äh, Ruffy gegen Bruno gekämpft hat und dir gedacht so, ah, aha, 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 so wir wissen ganz genau, wohin das noch führt und ich glaube, Oda wusste das in diesem Moment auch schon ganz genau, äh, nachdem Ruffy nämlich dort von Bruno echt, äh, ja, den Hintern versohlt bekommen hat. Äh, ja, und auch nicht nur von, äh, nicht nur Ruffy hat der den Hintern versohlt, der hat ja auch hier fast Pauli, ne, Frankie hat der fast umgebracht, aber das war später dann. Okay, später. Und Rob Luki, der dann einfach noch eingreift und dann halt gefühlt. Genau, das war der Moment. Ruffy und Zorro einfach one-shotted. Ja, und Ruffy ja so richtig, so, so kindmäßig, so am Kopf greift, dass er sich nicht bewegen kann und so. Und dann uns schön nochmal, was ist die, zweit Zorn, glaube ich, erst in der Story, ne, die auftaucht. Die dritte. Ne, die dritte, stimmt, wir haben die vierte. Die fünfte. Was? Naja, wir haben Chopper, wir haben, 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 wir haben Chopper, wir haben Dalton Chopper, Mensch, Mensch Frucht, dann haben wir Dalton, dann haben wir Uma, dieses Pferd da von, von Gunford. Und wen haben wir dann noch? Naja, wir haben Chaka und Pell. Ach ja, stimmt. Und wir haben, jetzt halt, Dingens. Stimmt, ja, die haben wir, okay, dann haben wir, sorry. Genau, Chaka und Pell zählen auch. Naja, dann haben wir die sechste. Ah, wir haben theoretisch sogar sieben, mit dem Dachshund. Ja, stimmt, Lasso. Lasso. Ah, wir haben acht, mit Miss Merry Christmas, haben wir sogar acht. Alter, wie viel, okay. Es sind vier mehr. okay, wie viel mehr. Das ist die zweite. Ja, aber wir haben nie, weil das wird jetzt hier nämlich, dieses Physical Enhancement, was jetzt zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, schon erwähnt wird. Ja, Die haben alle so, haha, du wirst halt zu einem Tier, aber er sagt so, ja, nee, nee, je physisch stärker du wirst, desto mehr wird das durch deine Zorn halt verstärkt. Vorher ging es halt immer eher um das Gimmick, was das Tier mitbringt. Maulwurf kann graben. Chopper ist ein Mensch, so die Knarre ist ein Hund, so, ne, aber jetzt geht es halt, wie du sagst, eher um die universelle Fähigkeit. und auch gerade halt auch jemand, weil die Gegner, die wir vorher hatten für Ruffy, waren meistens nicht physisch stärker als er. Die hatten durch ihre Teufelsfrucht, ob durch die Logia-Fähigkeiten oder durch den Gimmick der Frucht, waren die dann halt irgendwie für eine kurze Zeit stärker als Ruffy. Aber hier haben wir gerade, und das ist doch, finde ich, diese Machtdemonstration von Luki hier, er zeigt halt, ey, so, ich bin gerade einfach irgendwie stärker als du und pack dich und hau dich weg. Und das hatte Ruffy halt auch vorher irgendwie noch nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass Luki hier sogar ein bisschen die Zornfrucht als die stärkste der drei Kategorien irgendwie anpredigen wollte. So von wegen, ja, wenn du halt deinen Fokus auf den physischen Kampf legst, dann ist das das Beste, was du kriegen kannst. Wahrscheinlich jeder Nutzer ever, immer meine Kategorie ist die beste Kategorie. Und das war ja Foreshadowing dafür, dass ja tatsächlich das stärkste Wesen der Welt ja auch eine Zornfrucht hatte. Insofern ist Oda konsequent in dem, was seine Figuren so sagen. Er hat halt einfach nur diesen einen Zusatz vergessen, den er bei Zorns haben sollte, nämlich dieses Mythologische. dann gerne Luki. Dann kannst du gerne behaupten, dass du wahrscheinlich mit einer der stärksten Früchte hast. Aber der Typ zumindest. Aber ich, ja, das ist halt das Ding, ich glaube, was Luki halt auch nicht richtig bedacht hat in dem Moment oder vielleicht nicht bedenken wollte, weil er weiß ganz genau, dass das lauert, sind halt die Logias in Form von den Natmerelen oder so, wo er genau weiß, dass er da nichts gegen machen kann. Luki weiß auch, was ein Logia Awakening ist. Kann mir niemand erzählen, dass er das nicht weiß, dass Kizarro mal gesagt hat, komm mal mit, ich zeig dir mal, was ich drauf hab. Ich hätte gern mal irgendwann den Kampf von Luki gegen Who's Who. Der Clash der beiden riesen Katzen da. Ja, und Who's Who, der so, haha, ich war die, nach Rob Luki war ich die Nummer zwei. Ja, Bro, behauptest du das einfach nur oder war das wirklich so? Weil der wurde ja, der wurde ja einfach gewoneshottet, gefühlt von Jim Bane. Ich hab im Kopf gerade einfach nur diese klassischen Katzen-Jowl-Fight-Sounds. So im Kopf, wenn ich bein kämpfe. In so einer Staubwolke. Genau, in so einer Staubwolke. Oh Mann, ey. Ja, aber so lächerlich ist Luki hier noch nicht, da es dauert noch so um die 70 Bände, bis wir da ankommen an dem Moment, wo Luki zur Lachnummer wird. Denn hier, wie Benni richtig gesagt hat, ist er halt noch eine ernsthafte Bedrohung und eine Gewalt. Weil Raffi hat keine Chance, Zorro hat keine Chance. Wer soll sonst eine Chance haben? Dann kann es ja niemand schaffen. So, dann ist der Mann halt unbesiegbar. So, und, äh, so werden sie jetzt hier auch erstmal dargestellt. Sogar Bruno, der Raffi halt fertig machen konnte. Und das ist, glaube ich, so einer der großen Momente, der halt Raffi jetzt neben Aokiji natürlich auch nochmal zeigt, dass er besser werden muss. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal drüber geredet, so, ja, wann hat er genau angefangen zu trainieren? Äh, ich gehe immer noch davon aus, er muss eigentlich in der Sekunde anfangen zu trainieren, wo er, wo sie von Long Ring Long Land losgefahren sind, damit er die Resultate halt erzielen kann. Und ich glaube, das hier war nochmal ein Motivationsbruch. Ich glaube auch, die Idee für Gear 2 und Gear 3 kam von Long Ring Long Land zu Water 7. Und ich glaube, auf der Zugfahrt hat er es mehr oder weniger perfektioniert. Vielleicht hat er halt hier jetzt, weil er vorher nur wusste, ich muss halt trainieren. So, Zau, gib mir deine Gewichte. So ist er halt hier jetzt, gerade nach der Formel 6, weil das ist ja schon auch das Motiv von den Gears, dass sie ja, ich will, wie soll man sagen, zum einen inspiriert von der Formel 6 sind, auch ein bisschen dafür da sind, die Formel 6 zu kontern. Und ich denke schon, dass dieses Aufeinandertreffen für Ruffy halt auch nochmal so ein bisschen augenöffent war, wo er vorher halt, wie gesagt, einfach nur trainiert, ist er halt jetzt sich vielleicht ein bisschen sicher, was er eigentlich machen will. So und was er jetzt für eine Technik vielleicht entwickeln will. Weil er weiß jetzt, ich muss mit der Geschwindigkeit mithalten und ich muss durch den Eisenpanzer kommen, den die machen. So und das sind konkrete Ziele, die er jetzt halt vor Augen hat. Weil wenn du vor Aokichi steht, hast du kein konkretes Ziel, wie du den aufhalten hast. Da helfen auch nicht die neuen Formen. Wie willst du den Winter aufhalten? Da helfen auch die Formen halt einfach nicht, die du dann entwickelt hast. Aber das an sich finde ich halt cool, gerade die Formel 6 irgendwie, es hat ein sehr uniker Fighting-Style. Kannst du sie auch zählen? Ja. Ja. Alle 6? Ja. Eisenpanzer. Ja. Fingerpistole. Ja. Moonwalk. Oder der Skywalk, je nachdem wie man ihn nennen will. Der Tempest-Kick. Der Orkan-Kick. Orkan-Kick. Hatte ich Fingerpistole schon? Ja. Jetzt wird es nämlich knapp. Naja, dieser Papierschnitt, wo die dann so zu Papier werden. Das ist so eine Ausweichtechnik, ne? Genau, das. Das wird auch am wenigsten eingesetzt, habe ich das Gefühl. Einmal hier, ne? Und eine Sache fehlt halt nicht. Ja. Ich überlege gerade. Fingerpistole, Eisenpanzer, Tempest-Kick, also Orkan-Kick, Rasur, Papierschnitt. Ja. Und ich hatte noch was. Ich glaube, du hast eben Rasur nicht gesagt. Ja, du hast statt Rasur Moonwalk gesagt. So das Gleiche. Ja, und nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Moonwalk ist in die Luft gehen. Ach so, das sind zwei Sachen. Moonwalk, dann habe ich sechs. Dann ist Moonwalk. Ah, yo, da haben wir sechs. Also in die Luft gehen und Rasur ist halt dieses Dragonball-mäßige Tchuchu. So dieses einfach Ausweichen. Verstehe. Und das ist ja im Endeffekt, dass Raffi jetzt nachmacht. Ja, und das Coole ist ja wirklich, dass Zorro den Orkan-Kick eigentlich mit seinen Schwertern lernt. Sanji den den Skywalk hier dann halt hat. Raffi lernt ja schon die Rasur mehr oder weniger. Na, jetzt gegen Bruno später. Also, dass so ein bisschen so eigene Varianten von diesen Skills sich auch abgeschaut werden. Gute Idee eigentlich. Und eigentlich hat Raffi diese Papiertechnik auch schon gegen Edel verwendet, als er seinen Kopf ausgemacht hat. Genau, das ist das. Das kann Raffi auch schon. Das ist nicht schwer. Das kann er. Das kann der Mann. Kopf ausmachen. Ja, und Eisenpanzer einfach Rüstungshaki light. Ja. So. Das ist die Budget-Variante. Ja. Scheinlich einfach nur Muskeln zusammenkneifen. Wahrscheinlich, ey. Aber wer macht die Fingerpistole? Luki. Nein, ich meine von den Strohhüten. Achso. Wer eignet sich das an? Jim Bay. Jim Bay. Ja, oder Frankie, wenn er dann halt irgendwann die tausend Jahre Schmerztechnik anwendet bei den Leuten. Diese Fingerpistole in den Hintern auch. Das ist halt so ein Ding, das muss Oda auch nochmal machen, ey, mit der Fingerpistole. Der Arschbohrer. Der Arschbohrer. Ja, aber an sich, hier, die fliegen dann ja weg. Dann haben wir... War es eigentlich, sorry, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es noch in diesem Band war oder schon im letzten noch, wo Raffi dann da feststeckt zwischen den Häusern. Das war im letzten Band. Das war im letzten, ne? Ich dachte mir nur so, hey, das war doch im Anime viel länger. Natürlich war es im Anime länger. Fliegt der jetzt, wo er von Luki weggeworfen wird, nochmal in so eine... Zwischen der Wand. Zwischen so, ja, okay. Nochmal? Er fliegt zwischen der Wand. Ich hab das irgendwie so... Im letzten Band zwischen der Wand. Weil ich hab das noch voll... Er war unter einer Brücke. Ich weiß... Nee, er war im letzten Band zwischen der Wand. Zu einem Millionen Prozent. Wo er war zwischen der Wand. Bevor, als die halt die Villa raiden wollten und er sich mit der Bazooka da reinschießen wollte, hat er verfehlt und ist zwischen der Wand stecken geblieben. Ich hab's ja heute noch gelesen. Das hat ja überhaupt erst Pauly die Möglichkeit gegeben, von Luki fertig gemacht zu werden. Und Raffi kommt dann ja rein und Pauly ist ja schon am Arsch. Ah, okay. Aber hier fliegt er auf jeden Fall nochmal zwischen der Wand. Nochmal zwischen der Wand. Ja, genau. Ja, weil ich hab das noch voll vor Augen vom Anime, wie er da so feststand und diese Aqua Laguna dann irgendwann kam. Ja, das ist das zweite Mal. Und Nami da irgendwie in weiter Ferne so voll rumheulen irgendwie, Raffi, wir brauchen dich. Genau, Nami. Dann haut er die Häuser. Nami ist ja jetzt von den Bewohnern erstmal gepackt worden. Die halt sagen, hey, die soll uns jetzt sagen, wo der Rest ihrer Crew ist. Während nämlich die CP9 auch sehr effizient, die jetzt direkt die nächste Spur verfolgen und jetzt wissen, sie müssen halt Kathi Fram alias Frankie finden und wissen auch schon und finden auch schon die Leute, die ihnen das verraten sollen. Ist auch eine coole Szene irgendwie, wie Luki dann so auch ziemlich creepy, so aus dem Nichts, aus der Nacht rauskommen mit dieser Papiermaske. Dann so, was? Wer hat wen wohin gebracht? So, und dann, ja, war es halt auch schon um die Frankie-Bande geschehen, die dann massakriert worden sind. Ja, tatsächlich auch die Frage wird beantwortet, die ich im letzten Band gestellt habe, ob man noch sieht, wie Frankie oder die Frankie-Family halt Lissop entführt und das Schiff, aber nee, die sind dann wirklich einfach nur da. Also es wird gesagt, wir müssen uns den holen und dann nächster Shot, sie haben ihn schon an dem Ort. Sie haben ihn und rufen ja jetzt einfach. Inklusive des Schiffs. Genau, und dem Schiff halt auch. Und wir hatten es, glaube ich, schon vor zwei Bänden irgendwie gesagt, als wir das Ganze mit dem Dekonstruieren, Rekonstruieren besprochen haben, mit was die Frankie-Family ist und was die Galera-Company ist, dass halt hier Frankie der ist, der Lissop dieses Problem nochmal ja auch aufzeigt und sagt, ey, der Kiel, der ist kaputt und Lissop, der dann so, ich wusste schon die ganze Zeit und dadurch, ja. Dadurch kommt dann der coole Talk mit über den Club-Out-Hermann auch zustande. Das war dann wieder so der Moment, wo ich so, ah, so deshalb ist das alles so tragisch gewesen. So war es ja wirklich eine schöne, wieder so eine schöne oder mäßige Märchengeschichte so von so einem Schiff, was halt einfach so unfassbar loyal ist, und dann noch, ja, ich trage euch noch ein bisschen länger weiter. Das klingt wie eine Lügengeschichte eigentlich von Lissop, die aber nicht eine Geschichte von ihm ist, sondern es halt wirklich passiert, ne. So wie so der Geist des Schiffs. Ich finde auch lustig, wie Frankie, wie Lissop auch immer wieder denkt, dass Frankie ihn verarscht, wenn er da seine Gitarre rausholt, um ein Lied zu spielen. Wir wissen ja mittlerweile, so dadurch, wie er ist, dass ihn das ja wirklich berührt, ne. Auch sowas wie die Senior Pink-Geschichte später oder sowas. Der ist ja einfach so ein unfassbar sensibler Softie, der halt, ja, den Blues in sich trägt, sage ich mal. Und dass Lissop das hier halt so missversteht, so nach dem Motto, ja, du verarschst mich hier doch nur so für Frankie. Ich sag's dir jetzt schon. Der fühlt das. Der fühlt Lissop. Senior Pink wird in dieser Hütte leben, nach, am Ende der Story. Der zieht nach Water 7. So, und dann sagt er, ey, komm, hier, ich hab noch ein kleines Örtchen, wo du ein Zimmer haben kannst. Brunos Bar braucht ja auch neue Besucher, aber Bruno nicht mehr da ist. Vielleicht führt der die Bar weiter. Was wird die Bar sein, wo die sich alle treffen? Oder es kommt wirklich, am Ende Bruno kommt einfach zurück. So, und da juckt's dann niemanden, dass er es war. Ja, mittlerweile wird der da sich einfach auch wieder als Barmann niederlassen, glaube ich. Ja, ja, so wie der im Moment drauf ist. Da hat er einfach so einen Schnauzer. Da wird man ihn halt nicht erkennt. Was? Ich bin nicht Bruno, ich bin Blueno. Ja, genau. Der englische Bruder. Ja, oder der spanische Bruder, der einfach Brugno heißt. Und über dem N ist halt einfach nur dieser Schwung da. Ja, passt doch. Aber, hier wird ja auch dieses Theme, wo wir gerade bei so ein bisschen der Charakterisierung von Frankie sind, es wird ja hier auch an einer Stelle dieses Männer-Theme von Frankie auch erwähnt, glaube ich. Ich glaube, irgendwo sagt er zu Lysop, ja, okay, jetzt sehe ich dich als richtigen Mann an oder irgendwie so in die Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Auslöser war, warum er es dann gesagt hat. Es war, glaube ich, dieses Prinzip, nachdem Lysop auch zugegeben hat, dass er es ja schon wusste. Ja, genau. Und Frankie dann sagt so, ja, okay, und obwohl du es wusstest, hast du halt trotzdem diesen Streit mit deinen Freunden um dieses Schifffahrt angefangen. Ja, genau. So, wo ja dann noch die Schwestern da saßen und sagen so, Männer sind Idioten. Ja, genau, richtig. Und dann sagt, glaube ich, Frankie irgendwie sowas, ja, okay, jetzt erkenne ich dich als richtigen Mann an. Also, das ist Frankie auch wichtig, scheinbar. Es ist halt generell alles so eine harte Szene, aber das ist halt das, was Lysop da gebraucht hat in dem Moment. Er braucht halt jemanden, der ihn versteht, der ihn nachvollzieht, aber dem halt auch klare Worte in dem Moment halt sagt. Und ich glaube, am Ende hat ja Frankie es auch geschafft, Lysop davon zu überzeugen, dass das so nicht weitergeht. Und der Dialog ging dann ja auch in eine Richtung. Es ging dann nicht mehr darum, ich will und möchte nicht mehr zu meiner Crew zurück, sondern da war ja dann schon das Gespräch so, ey, die sind halt zu weit weg. Und ich habe mit dem Käpt'n gekämpft und deswegen werden die mich nicht zurücknehmen. Also die Probleme schifften sich ja von ich habe keine Crew zu, ich würde ja gerne, aber kann nicht. Also da sehen wir schon, dass auch Oda nicht lange, dass er tragen kann sozusagen und uns schon den Hoffnungsschimmer ja wieder geben will. So ja, ne Mann, Lysop, der will auf jeden Fall wieder zurück. So er weiß halt im Moment nur nicht wie. Das waren nicht Sanjis Worte oder Choppers Worte, das waren Oda's Worte. Ich kann, Lysop muss zurück, so als sie den gesucht haben. Ja, so ist es halt so. Ich finde das cool zu sehen, dass halt auch hier so, dieses so Mann, so eigentlich ist das doch alles scheiße, so eigentlich will ich ja auch wieder zurück zu denen, so das ist alles dumm, was hier passiert ist. Aber finde ich cool, dass halt Frankie der Charakter ist halt. Raffi hatte den Talk mit Eisberg, ne, direkt. Und hier Lysop mit Frankie, der halt, ja, wie Henrich, oder nee, ich glaube Viktor war es so, dieses ey, nimmt er ihn überhaupt ernst oder nicht? Und als dann aber auch Lysop merkt, ja, das ist halt der, der verarscht mich gerade halt nicht. Und er glaubt auch sofort diese Klabautermann-Geschichte und sowas, was ja schon eher in dieses mystisch-romantische geht, wo ich glaube, ein Eisberg vielleicht nicht der ist, der an den Klabautermann glaubt. So, wohingegen Frankie halt schon. So, und dann halt, Lysop auch realisiert, ja, nee, so, it is how it is. Ja, safe. Also ich meine, die, damit kann man ja fast schon gefühlt in diesen Flashback am Ende kommen, wo ja so ein bisschen auch diese Unterschiede von Frankie und Eisberg deutlich werden. Der eine ja schon so ein bisschen irgendwie, ja, rebellenhafter unterwegs. Daher kommt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, ja, Glauben zum Beispiel an den Klabautermann und sowas, könnte ich mir vorstellen. Während Eisberg ja mehr so der besondere, besondere Typ war, der so ein bisschen. Ist auch der älter. Genau, das erfahren wir hier ja dann auch nochmal, ich sag mal, schwarz auf weiß, ne. Ich glaube, vier Jahre flint die auseinander. Ich meine, ne, damals noch relevanter als dann heutzutage. Genau. Wenn du halt so, ne, den zwölfjährigen Frankie und dann schon den 16-jährigen Eisberg, der ja schon ein junger Mann sozusagen ist. Ja. Das ist schon noch ein Kontrast. Wir können ja gleich auf jeden Fall drüber sprechen, aber wir müssen ja erstmal kurz sagen, dass dieses ganze idyllische, irgendwie Piratenschiffe, umarmen, Hippie-Dasein dort, so ein bisschen gestört wird, durch wieder die CP9, die halt von der Frankie-Bande erfahren haben, wo sich Frankie aufhält, der ja eigentlich die Strohhütte anlocken wollte. Der auch sagt so, oh nein, so ich wollte eigentlich gar nicht, ne, jetzt, beziehungsweise ich wollte das ursprünglich, aber jetzt brauchen wir nicht mehr zu kämpfen, so, und dann ist es aber die CP9, die kämpfen will. Ich finde auch sehr cool, wie das aufgelöst wird. Dieses, hä, aber warum gehen die oben rein? Beziehungsweise, warum sind die hier so, eigentlich müssten die doch den anderen Eingang nehmen, wo direkt schon so ein bisschen, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, auch dieses Typische mit diesen, dann klingelt es halt da die ganze Zeit und dann, ich finde, das hat man schon hundertmal irgendwie gesehen, so dieses, ja, ja, ich komme ja schon, so, und dann werden die da ja umgelegt, die beiden, an der Tür. Nur im Vergleich zu anderen Werken, die überleben natürlich hier, meistens wird da irgendwer an der Tür erschossen. Ja, oder Genickbruch, oder Messerstiche, oder ganz specialig finde ich Terminator 2, wo, das, das war ich mit dem Telefonat dann, und dann, oh ja, der, hier Schwarzenegger, dann halt die Stimme verstellt und John Connor so spielt, so die ist, ja, bla, 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 also, ah, das ist meine Mom, und dann, ja, ey, dann sagt die irgendwas, ey, machst du das und das? Nein, das, das, das kenne ich nicht. Deine Eltern sind, deine Pflegeeltern sind tot. So, weil, die haben halt beide sozusagen den jeweils anderen Charakter halt dann eingenommen, so, und das fand ich halt auch cool, wo du dann auch so meinst, ah, interesting. So, wenn man bedenkt, wann war das, 91 oder so? Ist ja wahrscheinlich schon ein Twist, der heute natürlich gang und gäbe ist, so dieses, ey, wir müssen überprüfen, ob das wirklich deine Eltern sind oder nicht ein Shapeshifter, der, der das angenommen hat. Ja, ich frage mich wirklich, wie gang und gäbe sowas da ist. Ich meine, das Science-Fiction-Genre hat ja geblüht seit den 60ern so ungefähr. aber, und da gab es ja öfter wahrscheinlich so, so Shapeshifter-Stories. ich meine generell halt dieses, dass du überprüfst, ob das jetzt stimmt. So, ich würde behaupten, heute ist das gang und gäbe. In den 90ern wahrscheinlich schon noch seltener. Ich sage nicht, dass es da zum ersten Mal passiert ist. Kommt halt so auf Genre, weil wenn du so hast, diese ganzen Alien-Filme, Angriff der Körperfresser, Ja klar, da im Science-Fiction-Ding-Safe. Das Motiv oft. Genau, aber das, im Blockbuster-Movie, da ist was anderes. Oder generell halt in diesem, ja, müsste man natürlich gucken, aber für mich wirkt das halt damals halt so. Ich denke da halt immer an The Thing, was ja so der ganz große Klassiker ist, wo ja ganz am Ende, wo sie es ja dann besiegt haben und dann sitzen sie da zu zweit und sind so, ja, aber woher weiß ich jetzt, dass du nicht davon infiziert bist? Ja, woher weiß ich, dass du nicht davon infiziert bist? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, wir sitzen jetzt und warten. So und damit endet ja für mich das bis heute immer noch ein mega creepy Ende. Ja, aber das ist halt ein gutes Ende. Das ist ja, stellt sich halt genau die Fragen, die sich wahrscheinlich das Publikum halt auch stellt, ne? Und dann werden die halt aufgegriffen. So, wie hier und das muss man oder, finde ich, lassen oder schafft es halt, oder schafft es halt, gut eine Erwartungshaltung aufzubauen, dass du dich nach einem Flashback sehnst. Weil ich habe oft, gerade Naruto, Post-Timeskip, oft kamen Flashbacks, wo ich mir so dachte, okay, ich brauche gerade kein Flashback und dann kommt trotzdem der Flashback und hier ist es so, ist so ein nahtloser Übergang, so dieses, du willst jetzt auch Frankie ein bisschen mehr, weil jetzt hast du Investment ein bisschen in diesen Charakter und jetzt willst du den verstehen. Du findest ja auch dieses geheime Zimmer. Genau. Mit den Werkbänken. Und auch dieses Foto. Ja, ich dachte auch übrigens, weil mit dem Foto endet ein Kapitel, dass es dann da dann weit, so jetzt kommt der Flashback und der kam nicht mal und ich war sogar ein bisschen enttäuscht. Der kam mitten im Chapter dann. Ja, aber das Bild bietet sich halt richtig als auslösendes Ereignis für diesen Flashback halt an. Auf jeden Fall. Ja, das fand ich aber trotzdem irgendwie cool gemacht und wie du ja richtig sagst, ich find, da kriegt man dann Lust auch richtig drauf, weil so langsam verdichtet sich ja dieses ganze Mysterium, so, hä, was hat Iceberg jetzt mit Frankie zu tun, was war diese Company, wo die früher gemeinsam gearbeitet haben, was für Pläne für irgendein Schiff haben die, wo sind die jetzt wirklich und wieso haben die die und, äh, wer ist Tom? Wer ist, genau, wer ist eigentlich dieser Tom und das alles wird ja hier dann in dem Flashback so ein bisschen aufgegriffen und ich bin erstaunt, wie wenig Screentime Tom bekommt, wo er nicht verletzt ist. So, weil dieser Mann wird leider sehr, sehr schnell verletzt und bleibt dann verletzt mit seiner dummen Harpune durch den Bauch. hast du ja hier ein paar Chapters wirklich friedlich, aber dann für den Rest ja komplett abgefuckt. Safe, aber ich finde es so schön, weil der Charakter taucht so wenig auf, hinterlässt aber schon, finde ich, einen starken Impact. So, wie es halt häufig diese Flashback-Charaktere, die Mentorenfiguren halt für die Strohhüter halt tun. Die haben dann ein paar Chapter, vier, fünf Chapter, aber es prägt sich so richtig ein, dass du halt verstehst, warum der Charakter aus der Gegenwart so tickt, wie er tickt. Und ich finde, Tom ist da so dieses Paradebeispiel, weil sein Inherited Will nicht nur, finde ich, bei Frankie sich aussieht, sondern Frankie im Zug, dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Band, diesen Inherited Will auch an Robin mehr oder weniger weitergeht, weil es geht ja immer wieder um diese Frage, so dieses, ey, ist es schlimm, wenn etwas nur existiert? Es gibt kein Gut und Böse, nur weil etwas da ist und es ist immer, wie was verwendet wird. Und Robin, die sich ja auch immer wieder sagt, ey, meine Existenz ist ein Verbrechen und ein Frankie, der ihr dann halt sagen muss, so nee, nur weil du existierst, ist ja nicht schlimm. So und bei Frankie und seinem Battle Frankie ist ja dasselbe. Das hast du recht, da hat er ja überhaupt dieses Denken her. Genau. Da sieht man wieder, ich habe das halt damals nicht so richtig gelesen, aber du hast absolut recht, hier ist das große Motiv, wisst halt, alles hat eine Daseinsberechtigung, so ne, darfst es halt nur nicht zweckentfremden. Genau. Robin ist ja genau das. Genau und plus die antiken Waffen. Es ist ja eigentlich eine Metapher für die antiken Waffen, sodass sie werden gelabelt als Waffen und Frankie sagt ja auch am Ende des Flashbacks, was leider erst in den nächsten Band kommt, sagt er ja auch, ey, du warst schon Eisberg, dass ich das bauen könnte, ne, so was, was machst du dann dagegen, so vertraust du mir etwa so sehr und er so, Alter, ich habe dir diese Pläne gegeben, so natürlich vertraue ich dir, dass du das verantwortungsbewusst nutzen wirst. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Motiv, finde ich, von auch Frankie und Robin, die beide so eine richtige Bürde haben, von zum einen, sowas bauen zu können, im Fall von Frankie oder Robin, die das entziffern kann, die die Wahrheit herausfinden kann und dass man verantwortungsbewusst dabei eben mit dem halt umgehen muss. Ja, weil, ne, die Alternative dazu ist ja so ein bisschen das, wo Robin jetzt gerade durchgeht, ist halt die, ja, Selbstberechtigung, sich so ein bisschen zu nehmen, dafür, dass man überhaupt da ist, weil Robin, ja, das ihr Leben so ein bisschen aufgegeben hat und, äh, Frankie, das ja erst durch Tom gelernt hat, dass man das nicht machen darf und dadurch, dass die beiden dann ja ihren Arc zusammen verbringen, ja, also, das gibt dem Ganzen halt doch noch mal viel mehr Tiefe, ich habe da jetzt noch mal sehr viel mehr Bock auf Enies Lobby, weil dadurch, durch diese ganze Motivik wird mir noch einiges so ein bisschen klarer, wie diese Figuren eigentlich funktioniert haben. Ja, und auch ein bisschen in meinem Kopf schon so, wo das Endgame von denen halt sein wird, was halt durch diese Flashbacks, wir haben ja auch im Eckert-Arc wieder gemerkt, so, Ohara ist immer noch nicht vorbei, so, der Wille von Ohara lebt halt weiter und auch in dem Fall jetzt halt, dass die Werte, die, die Tom vermittelt, leben halt weiter, so, und lassen sich auf sehr viel übertragen und ich finde, gerade Robins Flashback und Frankies Flashback irgendwie noch mehr als der von anderen, so, weil so Sanjis, ja, dieses, man soll irgendwie Essen nicht verschwenden und so, das ist halt eine schöne Lektion, so dieses, man soll so, wenn man gemeinsam einen Traum hat, dann ist es egal, woher man kommt, das connectet ein, aber ich finde dieses, das ist so Real Life, was man so ein bisschen daraus ziehen kann bei den beiden, so. Ja, ich fand hier noch so, was hier fast schon so ein bisschen nebensächlich eigentlich erwähnt wurde, aber doch auch irgendwie interessant, weil das immer so ein Fakt ist, den ich eigentlich, ja, für mich so ein bisschen auch einfach verdrängt habe, dass Frankies wahre Eltern, die kennt man ja gar nicht, der wurde ja einfach hier abgeworfen, so to say. Ich meine, dass wir ja wissen, dass die Blutlinie nicht wichtig ist, das wissen wir ja durch jeden Strohhot und auch generell durch viele Charaktere bei One Piece und das wird ja jetzt hier durch so gesehen Frankies wahre Familie mit Tom, Eisberg, Kokolo und so weiter schön dargestellt, aber trotzdem fand ich das irgendwie ganz interessant, weil ich glaube, von Chopper, obwohl doch von einigen Ströhten wissen wir nicht die richtigen Eltern, von Nami und Zorro wissen wir die ja auch nicht. Zorro mittlerweile schon durch Data, durch SPS, aber so nicht in der Story sozusagen, das stimmt schon. Wir wissen von vielen nicht die Eltern, von einigen nicht, aber ja, es wurde halt jetzt eigentlich ja nur bei Sanji so richtig relevant und jetzt wird es bei Robin ja nochmal relevant in der Herkunft, aber größtenteils. Es sind eigentlich nur Robin und Sanji, ne? Ja, Robin und Sanji. Raffi halt der Vater. Raffi halt verterlicherseits, genau. Aber bisher ist das ja auch nicht relevant für die Story. Die Story wird genauso funktionieren, wenn das nicht der Fall wäre. Ich hier bei Frankie, was du interessant findest, dass er halt ein Piratenkind ist, also anscheinend wie Momonosuke auf einem Piratenschiff geboren worden ist. Ja. Nur, dass er dann halt, weil er nervt, Revecke rausgeschmissen worden ist und dann, wie Henry richtig gesagt hat, von Tom aufgenommen wurde, weil ja, niemand sollte halt denken, dass er nicht gebraucht wird. Also es kommt halt darauf an, was du mit deinem Leben dann anstellst und ja, Frankie beziehungsweise Kathi Fram wurde ja dann, hat er einen Spitznamen erst dann später von Iceberg und da dann bekommen. Der nutzt dann halt eben seine Fertigkeiten, um ja hauptsächlich Schabernack zu treiben und da so komische Bomben-Schiffe zu bauen, sein Battle-Frankies, aber natürlich eben auch, um unter Tom das Schiffsbauen richtig zu studieren. Und er ist halt ja auch ein begnadeter Schiffsbauer schon im kleinen Alter. Er baut ja dann und das ist dann so ein bisschen der Mainplot dieses Flashbacks, ja zusammen mit Iceberg, Tom und Yokozuna, den Seezug, denn, das fand ich auch interessant, es gibt anscheinend ein Schiff, was als Gerichtsgebäude, Gerichtshaus verwendet wird, das finde ich auch sehr cool irgendwie, dass du halt sagst, okay, fuck it, wir machen uns jetzt nicht die Mühe, den extra irgendwo hinzuschippern, so, sondern, der Gerichtshof, der ist halt mobil, so ein bisschen wie der König damals im Mittelalter mobil war und halt diese ganzen Pfalz, Pfalzen hatte und dann je nachdem, wie gerade die Jahreszeit war, war er dann gerade irgendwie dort oder dort oder dort, so, weil er halt nie an einem Ort gewesen ist und so, so Vibes hatte das für mich auch, das fand ich ganz interessant und die kamen, um jetzt Tom dafür zu verurteilen, dass er die Uro Jackson gebaut hat, das Schiff, mit dem der König die Piraten die Welt umschifft hat und Angst und Schrecken unter der normalen Bevölkerung verbreitet hat. Ja, es war ja auch dann da so ein bisschen, das fand ich ganz interessant, dass, ja normalerweise werden die Leute, selbst wenn die irgendwie für Piratenschiffe bauen, werden die da nicht extra verurteilt, aber, weil halt Roger so einen riesen Impact hatte, äh, konnte man das, äh, dem lieben Tom halt nicht durchgehen lassen, fand ich dann irgendwie auch, ne, ja, weiß ich nicht, also klar, irgendwie von der Weltregierung wundert es mich nicht, dass da so eine, äh, Ausrede halt kommt. Butter bei die Fische, das war doch eine Imb-Entscheidung. Der hat doch gesagt, alle, 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 so, und dann haben die fünf Weisen gesagt, alles klar, alle. Und seitdem, wahrscheinlich werden immer noch Leute gesucht, so, man hat es ja bei Ace gesehen, das war ein ganz großes Thema. Natürlich, guck dir Ace an, die ganze Story davon, dass halt die Frau und das Kind halt beide umgebracht werden sollen, ne. Aber damals schien es noch nicht die, äh, Mother Frame, wie ich jetzt vor dem Podcast gehört hab, äh, oder gelernt hab. Scheinbar gab es die damals noch nicht, weil, wie wir ja hier auch erfahren, war Water 7 ja eigentlich ein, äh, ein ziemlich abgeranztes Kaff mittlerweile, wo eigentlich die Leute am Verzweifeln waren. Von daher hätte man ja auch eigentlich die Insel samt Tom ausradieren können. Ja, keine jetzt gejuckt, aber. Das ist es halt, ne. Dann wurde halt gesagt, ey, ich fänd generell die Auflösung irgendwie cool, weil ja wirklich Tom auch gegambelt hat, ne. So dieses, aha, ich kann die alle Probleme lösen. Ich hab nämlich hier was gezeichnet, was wir umsetzen könnten. Und dann dieses, würde es auch bis nach, was, sogar Ines Lobby, glaub ich, ne, kommen. Oder so, ja, selbst das könnte ich. Und dann so, okay, klopf, klopf, klopf. So, dann hast du noch. Ich find das ganz cool, man sieht halt, dass dem Richter am Ende des Tages dann halt auch nicht so wichtig ist, halt das Urteil durchzuziehen, sondern der denkt sich halt, ja, Alter, so, ich wär ja dumm, so, wenn ich den jetzt halt exekutieren lassen würde, weil der kann ja der Gesellschaft doch richtig viel helfen. Ja, auch einfach, dass das so easy ist. ist ja hier zehn Jahre für dich, so, viel Spaß beim Bauen. Ja, und danach war es ja wirklich dieses, so wie ich das verstanden hab, er war ja dann nach zehn Jahren fertig und dann sind ja noch drei Jahre vergangen, bis dann der Moment kam, wo die zweite Gerichtsverhandlung stattfinden sollte. dazwischen waren doch noch dann das andere Heft, also gebaut wurden. Ist nicht das erste nur für, dass die, dass der Zug funktioniert, dass er eine Strecke fertig war. Und dann hat er dann noch die anderen Strecken noch gebaut. Also die zehn Jahre waren so als Test, funktioniert die Idee halt überhaupt. Aber es hat halt schon gezeigt, okay, die nehmen es jetzt auch nicht mehr so wichtig und ob jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre mehr, ist nicht mehr so wichtig. Aber ich find's cool, wie das hier halt aufgebaut wird, weil das Motiv ist ja dieses, ey, du sollst proud sein auf das, was du gebaut hast, ne? Und wir erfahren ja im Flashback, er hat schon was gebaut, wofür er ja eigentlich getötet werden soll und dann baut er hier aber wieder was sozusagen, nämlich die Puffing Tom sozusagen, ne? Und das dann aber durch Spandam und die CP5 und dann dieses Ganze, ey, wo sind die Baupläne? Ich verrate's dir nicht. Und der framet die ja dann, dass die Battle Frankies die Stadt angreifen und dann dadurch sie halt vertreten. Es war halt wieder auch so ein Plan, wo sich denkst, Mann, so ein Idiot, dieser Spandam, so, wie kann der das schaffen? Wie können die Leute unter ihm dir wirklich diesen dummen Plan zu machen? So alles, das ist halt einfach nur pure Frustration. So weil, Mann, das ist so, es macht, das fühlt sich auch überhaupt nicht verdient an der Stelle an, sondern es ist einfach nur so. Spandam ist halt nie dieses, wo du das Gefühl hast, aha, der ist wirklich kompetent, der hat richtig was drauf. Es ist halt einfach... Spandam war so ein bisschen so wie Orochi, den solltest du halt von Anfang an hassen. Der hat keinen anderen Zweck für ihn, du sollst keine Empathie für ihn empfinden. Der einzige Zweck, den er im Flashback hatte, ist halt in die Fresse geschlagen zu werden. Das war ja sein ganzes Gimmick anscheinend, dass er halt immer wieder in die Fresse gehauen wurde, so lang, bis er in der Gegenwart ja dann seine Eisenmaske hatte. Ja, und dass Frankie immer seinen M vergisst und ihn immer Spandar nennt. Ja, stimmt, genau. Ich hatte tatsächlich... Panda. Ich hatte kurz gedacht, das habe ich irgendwie verwechselt, dass ja der Vater von Spandam war ja auf O'Hara. Spandai. Genau, ich dachte nämlich, dass der da bei Tom halt, also in dem Flashback halt das war, aber irgendwann wird ja gesagt, dass es Spandam ist. Aber das passiert in der Zeit, ne? Oder? Weil wir haben ja eine ominöse Szene, wo ja Tom den beiden, also Eisberg und Frankie, ja sagt so, ey, es gibt noch eine wichtige Sache. Und dann zeigt er ihnen ja Robins Kopfgeldbruster, aber wir sehen nicht, was er ihnen sagt. Genau, also der Flashback fängt ja vor 22 Jahren an, in unserer heutigen Zeit, nach dem Timeskip vor 24 Jahren. Das ist ja die Zeit, wo Roger exekutiert wurde und das Piraten-Zeitalter anfing. Und O'Hara, nach dem Timeskip vor 22 Jahren, zu dem Zeitpunkt, vor dem Timeskip, vor 20 Jahren halt. Das heißt, müsste man ja gucken, wann er denen das halt erzählt hat. Das Kopfgeld gibt es ja schon. Genau, das hat sie ja nach O'Hara direkt bekommen, sozusagen. Und da war Spendain schon der Vater in der CP9. Der muss da, oder war es die CP5 oder 7, weil CP9 erfahren wir ja erst jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die CP9 war nicht auf, war nicht auf O'Hara. Ach so, weil ich dachte, Kadifas Vater und Spendains Vater, ich dachte, die beiden waren CP9. ich gucke gerne nach, aber ich habe in meinem Kopf, warte. Aber den, das Wanted-Poster von Robin zeigt, Tom den ja dann nach den 13 Jahren, wo die fertig sind. Ja, natürlich. Das ist dann, da war das schon. Frische Entwicklung. Genau, das ist ja dann so gesehen 13 Jahre her gewesen, der O'Hara-Vorfall. Genau, da wo halt auch Spendain auftaucht und dann nämlich die Pläne will. Das ist genau der Timeframe. Wahrscheinlich O'Hara vernichtet, nächster Move, wir wollen jetzt Pluton holen. so und da in der ganzen Zeitperiode findet das wahrscheinlich jetzt alles gerade statt. Was dann halt auch ziemlich gut passt, dass die Weltregierung halt sich bewegen will und dass Ben Damme halt vielleicht auch seinem Papa so ein bisschen sich beweisen will. So, hey, du hast hier O'Hara ausgelöscht und ich hole jetzt wenigstens mal die Pläne für Pluton. Was ihm ja nicht wirklich gelingt. Ja, der Tom, der hat mehreres am Dreck am Stecken. Ja, doch sind alles CP9, sorry, ganz falsch im Kopf, weil er in der CP5 war, deswegen hätte ich irgendwie The Damme, der Spendain. Genau, der Spendain. Ist auch nur kleiner Pity. Ja. Ach, generell. Das ist halt, O'Hara wird auch nochmal schwierig. Das ist halt auf jeden Fall einer der tragischen Flashbacks. Hier aber fand ich halt sehr, sehr interessant, dass halt, ja, Tom natürlich das tut, was seine gute Mentorenfigur tut. Sie beschützt die Schützlinge oder er beschützt halt seine Schützlinge und er nimmt halt, er ist halt stolz darauf, dass er die Oro Jackson gebaut hat und Goldie Roger geholfen hat und sagt dann halt so, ja nee, das Verbrechen von heute soll ausgelöscht werden, sozusagen nicht, nicht belangt werden und daher werden dann halt Frankie und Iceback ja gerettet und dafür wird er dann für die Oro Jackson exekutiert. Genau, und das Verbrechen von dem Tag war, um das nochmal hier kurz zusammenzufassen, sehr frustrierend, dass Spendam, weil ihm das ja alles nicht passt, dass, er wollte ja Tom eigentlich auch damit unter Druck setzen, dass er ja die Oro Jackson gebaut hat und dadurch ein Verbrecher ist und deswegen die Pläne für Pluton rausrücken soll. Aber Tom sagt dann halt so, ja ey, das wissen die schon. So, du wirst denen nichts Neues erzählen und schmeißt den raus. Und das schmeckt ja Spendam so richtig nicht. Und dann versucht er diesen dreckigen Plan umzusetzen, halt irgendwie dieses Urteil, was Tom freisprechen wird, weil er diesen Zug gebaut hat, wo der Richter, wo wir auch schon sehen, dass der komplett von Toms, ja, Unschuld, also Unschuld im Sinne von, von, ja, Toms guten Charakter überzeugt war schon, aber Spendam sagt, nee, so, wir inszenieren das und hat halt Frankies, Battle Frankies genommen, wo er immer wieder die Auseinandersetzung auch mit Eisberg stattfand. So, hey, du sollst aufhören, die Scheiße zu bauen, die sind gefährlich, die können Leute verletzen und Frankie halt immer sagt, nee, das ist halt meine Leidenschaft, so, ich baue die halt gern und Tom halt auch sagt, lass ihn doch bauen, was er will. Na, und diese Battle Frankies werden jetzt halt von den CP5-Leuten unter Spendam dafür genutzt, um halt Water 7 zu zerbomben, was natürlich Frankie und Co unter die Schuhe geschoben wird und das ist ja der Moment, das ist das, was Tom sozusagen verhindern will, dass Frankie und Eisberg dafür belangt werden, für diesen Angriff und er nimmt ja dann auch den Angriff sozusagen noch auf sich, indem er sagt, so, ey, wenn ich das jetzt gestehe, dass ich das auch war, so, dann müsste die beiden freisprechen. Ja, und plus, er puncht halt auch noch Frankie weg, nachdem dieser halt sagt, ey, das sind nicht meine Schiffe und das ist das, wo Eisberg ja auch sagt, das ist das erste Mal, dass er halt Frankie schlägt, weil das ist nämlich die eine Sache, du sollst halt nicht das verleugnen, was du erschaffen hast, übernimm Verantwortung dafür, was du getan hast, so, und du musst halt stolz sein, dass du die halt gebaut hast. Und dann verkündet er es, auch er stolz darauf ist, die O'Jackson Geburt zu haben. Genau. Das ist halt so ein Motiv, was sich sehr viel noch durch die Story ziehen wird. Ich glaube auch, dass, wenn Pluton irgendwann wirklich auftaucht in der Story, wird das, was Tom da gesagt hat, nochmal wichtig. So, wir lernen ja auch später auf der Fischmenscheninsel noch den Bruder von Tom kennen. Der coatet die dann ja nochmal das Schiff, dass die Thousand Sunny dann wieder nach oben kommt. und ich finde trotzdem cool eine Szene, so frustrierend, sage ich mal, wie das alles hier ist und wie auch der Richter manipuliert wurde und die ganze Leute vom Rotter 7 ja auch manipuliert worden sind. Immer noch irgendwie dieser kleine so Realismus-Schimmer, dass der Richter sich nicht komplett verarschen ließ. So, man hat ihm schon angesehen, dass der gemerkt hat, dass Ben Damme den Beef hat so und den da so reindrückt und aus Prinzip hat er dann ja gesagt, ja ey, fuck it, so, was muss, muss, okay Tom, so, du wirst jetzt halt mitgenommen, aber die anderen beiden nicht. So, kann Ben Damme noch so wüten, wie er will, aber, ne, das gönnt er dem nicht und das fand ich irgendwie cool, so, dass du halt da schon siehst, ey, Ben Damme ist halt niemand, ne, der, von dem die Leute halt einfach kuschen, so links und rechts, sondern der muss halt immer wieder irgendwie, ja, ganz laut brüllen, damit die Leute denken, dass er schlau ist. So ein bisschen wie Plankton. Ja. Und schwört ja dann auch, ey, ich komm wieder und ich werd die dann auch noch verurteilen, also halt da so alles Negative, was so ein Mensch eigentlich so in sich tragen kann, trägt er in sich halt auch diese Rachsucht und dann haut ihn Frankie einfach weg. Ja, das war schon cool. Das war schon cool und dann hast du ja am Ende trotzdem diese tragische Szene mit dem Seezug, wo wir jetzt ja auch noch einen Zirkelschluss haben zum Anfang von Water 7, wo ja der gute Yokozuna, wieder das loyale Tier, was von Anfang an am Start war und halt immer noch den Willen seines Herrchens weiterträgt, der dann mit ansehen muss, wie Frankie versucht, die Puffing Tom aufzuhalten, in der Tom nach Renis Lobby gebracht werden muss. Und wir erfahren ja auch hier, dass Frankie derjenige war, der Yokozuna das Kraulen beibringt. Wie zu gut, natürlich so. Ich bring diesem dummen Frosch jetzt bei, wie man Kraul schwimmt, weil das ist viel effizienter als Brustschwimmen für den Frosch. Ja, das fand ich auch ein sehr, sehr cooles Detail irgendwie. Das sind so Kleinigkeiten, die es dann wieder so wholesome irgendwie machen. Da hat dann Yokozuna gelernt, dass man diesen Zug sozusagen anbellen muss, in Anführungszeichen, wie so ein Hund, der halt so gesehen hat, was sein Herrchen scheiße findet und jetzt das gleiche scheiße findet. Und deswegen lässt er sich halt jeden Tag von diesem Seezug überhaupt überfahren. Ja, und dann aber auch Frankie, der dann sich an Toms Wort halt nochmal erinnert und dann aber auch von seinem kleinen eigenen Traumschiffchen träumt. Was ja möglicherweise in Zukunft noch passieren kann. Vielleicht wird es ja nicht Pauly, der der Strohutbande beitritt. Vielleicht ist es ja doch Frankie. Ich dachte mir beim Lesen halt, wo der Flashback kam, so okay, das ist der Moment, wo dieser Switch kommt von, es wird doch nicht Pauly, es wird wahrscheinlich Frankie. Der Flashback war schon sehr intensiv, muss man sagen. Schon ein Nakama-Flashback. Weil vorher war, das war aber noch ein Band davor, da hatte ich auch wieder so diesen, dieses Enddienst, eigentlich muss es doch Pauly sein, wo Pauly zusammen mit Ruffy da festgekettet war auf dem Boden, die dann auch so einen kleinen Deep Talk da irgendwie hatten. Das hat Ruffy halt eigentlich immer mit seinen Nakamas. Das ist halt das Interessante, weil eigentlich ist Ruffy eher der, der die als erstes trifft und dann, oder jemand anders trifft die, aber trotzdem hat Ruffy diesen Bonding-Moment mit dem Charakter. Hier ist es ja eher Lissop, der als erstes den Moment mit dem neuen Nakama hat. Und Frankie sagt ja, Lissop, er soll ihm beitreten in der Frankie-Familie. Stimmt. Ganz geil. Die beiden Weiben sehr früh. Ja, absolut. Und ich finde, das richtige Weiben von Frankie und Ruffy passiert meiner Meinung nach erst, wenn Ruffy gegen Luki kämpft und Frankie da in den Raum mit reinkommt und dann alle Schlüssel hat. Und er muss dann aber auch durch die Tür und Luki lässt die nicht und Ruffy sorgt dann ja dafür, dass Frankie weiterkommt. Und da habe ich erst das Gefühl, da bornten die beiden noch irgendwie, weil vorher interagieren die ja nicht miteinander. Nee, aktuell will Frankie Ruffy ja eigentlich noch eins auswischen. Genau. So. Und dann aber dadurch dieses, ey, okay, meine Nakama vertrauen dir also, dass du die Schlüssel zu Robin bringst, ist halt so dieser große Moment. Ja, ja, eben. Wenn er das nämlich macht und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der Moment, wo Ruffy eingesehen hat, der wird's. Also wir kommen da noch hin, ne? Ja. Aber wie du sagst, das ist ja der ultimative Vertrauensbeweis. Auf der anderen Seite, wenn Frankie beitreten durfte nach der Aktion, dann müsste eigentlich auch Galdino mittlerweile in der Crew sein, er ist derjenige, der den Schlüssel für Acer gemacht hat in dem entscheidenden Moment. Leute, wenn du einen Schlüssel für die Strohutbande bastelst, dann wirst du officially auch Mitglied. So, genau. Nix mit Mr. Two hier, der kann ruhig im Wimpel dauernd versacken. Den will doch nie. Der hat auch die Tore aufgemacht, das zählt. Stimmt, aber ja, aber er hatte keinen richtigen Schlüssel. Das ist jetzt Gatekeeping. Ja, das ist komplett. Aber was du noch sagen wolltest, oder? Nee. Nee, ich hoffe einfach nur, wir bekommen irgendwann entweder durch Du Flamingo oder wirklich am Ende der Story so ein Chapter, wo Raffi halt Mr. Two noch rausholt aus dem Impel Down. So dieses, ey, ich hab dich nicht vergessen, Bro. oder Mr. Two wartet eigentlich nur auf den Moment fürs Go und er hat schon alles vorbereitet, damit eigentlich ganz Impel Down ausbricht. Der zweite große Break. Vielleicht hat er eine Brieffreundschaft mit Galdino und Galdino hatte ihm halt in einem Brief halt die Schlüssel zukommen lassen für seine Zelle oder für Du Flamingos Zelle, weil er weiß, ey, wenn er Du Flamingo einen Handel anbietet. Ey, wenn doch jemand sagt, wir fahren jetzt los und holen das ganz Impel Down raus, dann doch der Buggy, der danach noch eine größere Crew hat. Mit Crocodile zusammen. Genau. Die holen dann alle, die da noch saßen, holen die raus und haben dann die große, große Crew. alle bis auf Du Flamingo. Dann steht da Crocodile Forever alone. Dann steht er da auf Du Flamingos Zelle und dann ist er so, sag es, wer ist der erfolgreichste Shishibukai hier in Onefield und daraufhin will Du Flamingo das nicht sagen und dann geht er einfach weg. Ja, oder dieses so, weißt du noch, als du mich gefragt hast, ob ich mit dir zusammenarbeiten will, aber jetzt frag ich dich, ob du mit mir zusammenarbeiten willst. Das ist nämlich alles eine Ego-Frage. Ich sehe nur diese Narcos-Szene vor Augen, wo dann auf einmal Du Flamingo, wie im Gefängnis halt mit diesem Telefon, mit der Glasscheibe davor, wie Du Flamingo auf der einen Seite sitzt, auf der anderen Seite sitzt halt irgendwie einer von der CP0 oder so. Ey, ich schlag dir einen Deal vor, gib mir Informationen und dann holen wir dich irgendwann raus oder so. Verrat deine Freunde. Aber was ich noch kurz zu dem Frankie-Flashback sagen wollte, ich finde, ein anderer Moment, weswegen es klar wird, dass Frankie wahrscheinlich derjenige ist, der beitritt, ist ja das ganze Grundding. So, hey, sein Mentor hat das Schiff gebaut, mit dem der Piratkönig sein Ziel erreicht hat und über die Welt geschippert ist. Natürlich muss ja wohl dann der Schüler, der alles geerbt hat von seinem Lehrer, derjenige sein, der dann für den zukünftigen Piratenkönig das Schiff baut. Und deswegen ist das halt fast schon an der Stelle konsequent, so wie damals, als Jinbei die Bluttransfusion gemacht hat. Aber es danach trotzdem noch zehn Jahre überdauert hat. Ziemlich interesting hier ja auch, ich glaube, aber das wird erst im nächsten Chapter gesagt, wo der Flashback dann offiziell zu Ende geht, dass er ja keine Schiffe mehr baut. So, Frankie baut ja, seit dem Tag hat er kein Schiff mehr gebaut. Er zerstört sie. Er zerstört sie, baut sie halt auseinander und die Thousand Sunny ist das erste Schiff, halt was er nach Jahren halt mal wieder baut. Das ist ja klassischer Trope, so sehr klassischer Trope auch, so ey, ich tanze nicht mehr. Weil ich das letzte Mal, als ich getanzt habe, sind 50 Leute gestorben. So wie bei der South Park Folge. Ich wollte gerade sagen, das war doch bei South Park. Ja, ja, das war bei South Park Folge, wo das ganze Studio so geknallt ist, weil er schnell getanzt hat. War das nicht das mit dem Bedientwerden? Wo Randy bedient wurde? Er wurde da, da und da bedient. Ja, ja, genau. Ey, vorhin war er super, weil es ja nicht so, ja, was uns fehlt, ist das eine letzte Mitglied, was halt eigentlich schon lange raus ist, der Außenseiter, der aber besser ist, als wir alle zusammen. Und er holt uns jetzt zusammen, damit wir das hinkriegen. Und das ist dann ja Butters. Bei Disneys große Pause gab es auch die Folge mit Visa Gas. Ey, Diabo. Ich spiele keinen Dodgeball mehr. Ja, 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 genau. Und dann wird der eine Junge da getroffen und dann, der Klassiker. Ehrlich gesagt, das ist halt so ein geiler Klassiker. Schön der Western-Theme, der dann kommt mit dem Poncho, der dann, ja, und hier ist halt, ich baue keine Schiffe mehr. Ja. I'm out of the business. Ja. Bis, ja. Wir sind auch, glaube ich, so langsam out of the business für diese Woche. Nächste Woche kommt wieder ein Chapter, Leute. Ja, wir haben einen krassen Cliffhanger. Niemand weiß, was mit Frankie passiert. Ähnlich wie andere Figuren in anderen Mangas, die am Ende von Staffeln einfach in die Luft fliegen und keiner weiß, sind die doch am Leben oder nicht. Das ist eigentlich ein Manga, wo die dann tot sind. Aber die werden für fünf Wochen nicht gezeigt und du weißt es einfach nicht. Und jetzt fragst du dich, was geht da ab? Wird Frankie vielleicht auf dein Schiff der Metz kommen und sich wieder zusammenbauen? So, oder? Wird Pauly doch der Stuhlwutwandel beitreten? Das alles und vieles mehr in drei Wochen? Drei Wochen wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, nächste Woche Chapter und ich glaube tatsächlich, wir kriegen auch noch ein Chapter. Das glaube ich auch. Und im Best Case sogar noch ein drittes, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Jetzt hoffen wir. Guck mal, so oder so, denke ich, kann man, ich glaube, man kann sagen, nächste Woche wissen wir, wie es mit Frankie weitergeht. Ja. Ob jetzt in der Gegenwart oder hier in der Vergangenheit. Oder in einer, ja, ob Vergangenheit, Vergangenheit oder der Vergangenheit, die mal eine Gegenwart war oder in der aktuellen Gegenwart. Das werden wir nächste Woche sehen. Yes. Ich bin aber sehr gespannt. Ich freue mich. 1087 steht dann endlich an. Für die Leute, die das in zwei Jahren hören, wo wir dann schon im, nach dem Timeskip eigentlich schon sind und wir euch aufgefordert haben. Lacht uns aus. Bei Band 61, dass ihr nochmal alle Bänder-Talks hören sollst. Für die Leute, die das jetzt hören, aus dem Jahr 2025. Boah, aber 1087, wahrscheinlich ein geiles Chapter. Oder es war das Übergangs-Chapter, was wir alle schon prediktet hatten, wo wir nochmal kurz erfahren, wo wer auf Eckhead ist. Ja. Ja. Ach, Gottes Willen. Ja, es war interessant. Man muss ja jetzt hier auch nochmal so ein bisschen der Reihe Gebühr tragen. Wir haben jetzt einen Monat dann die Bänder-Talks gemacht. Wir sind weit durch Water 7 gekommen. Man muss auch sagen, es ist der erste wirklich lange Arc. Wir sind vier Bände dabei und wir sind halt gefühlt bei der Hälfte jetzt davon angekommen und Innis Lobby hat noch nicht mal angefangen. Ja, wir sind jetzt tatsächlich gerade Water 7. Ja gut, Water 7 hat vielleicht noch ein Band. Ja, genau, hat noch ein Band, aber trotzdem sind wir sehr lange nur auf Water 7 und ich habe das Gefühl, Water 7, das ist halt die Länge fast von Alabaster damals. Exakt. Und noch, wo sind die Kämpfe? Wo findet was statt? Das ist halt alles so dieses Murder Mystery. Hm, wer hat Eisberg fast getötet? Ja, und ganz viel Flashback und Geschichte und Lyssop und Raffi, das hat ja letzten Band, nee, vorletzten Band war das ja schon, sehr viel Zeit eingenommen und ja, man merkt, dass Oda hier halt jetzt so ein bisschen breiter sich aufstellt, was so seine Erzählungen angeht. Ja, safe. Und, Spoiler, wenn es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres auch Ines Lobby fertig haben und dann das nächste Jahr vielleicht schön mit Thriller Bark anfangen. Achso. Ja, das auch noch, Gab auch noch, ganz Post-Ines Lobby. Wir werden vielleicht erfahren, dass es vier mächtige Kaiser auf der Welt gibt. Und wie die aussehen. Wir werden genau wissen, wie die aussehen nach diesem Band. Ja. So, ganz genau. Freut euch drauf. Also ich freue mich auf jeden Fall, weil, ja, Water 7, ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell schon dahin kommen, jetzt nach zweieinhalb Jahren Bender Talk. Und ja, nächste Woche aber, wie gewohnt, Chapter Talk geht weiter. Und auch nochmal vielen, vielen Dank. Der letzte Chapter Talk ist unsere meistgehörterste Folge mittlerweile insgesamt. So, also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ihr hört die Folge halt immer noch, obwohl, wahrscheinlich ist das so richtig Kopium. Und dann hört man sich die Folge dreimal an. Aber dafür sind wir da. Also dafür machen wir jetzt die Folge in dem Monat. Vielen Dank. Es ist ja ein guter Auffrischer, jetzt nach vier Wochen Pause, wenn jetzt das neue Chapter endlich mal rauskommt. Für viele ist das dann wahrscheinlich schon nochmal so ein Grund, vielleicht nochmal reinzuhören. Ja, genau. Dass man nochmal, ey, was wurde denn da nochmal besprochen? Was sind so offene Punkte? Daher vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das gehört habt. Falls nächstes Jahr nochmal so ein einmonatiger Break kommt, da erwarte ich aber, dass das Chapter dann die meistgehörterste Folge ist. Weil ihr habt ja auch wieder vier Wochen Zeit, die zuhören. Oder halt eigentlich die Bänder Talks selbst. Ja, oder die. Aber vielleicht, ich glaube ja, die Bänder Talks werden mit am meisten gehört, wenn wirklich One Piece vorbei ist. Wenn wir dann wirklich alle Bände besprochen haben. Ich glaube dann, wenn du die im Rutsch hören kannst, so 130 Bänder hintereinander. Ich glaube, das wird krass. Aber noch eine kleine Statistik, dann hauen wir ab. Wir haben jetzt eigentlich, wir haben mit 895 angefangen und wir sind jetzt bei 1087, also fast 200 Chapter, die wir besprochen haben. Plus diese 357 jetzt hier, sind wir bei fast der Hälfte der Story. Also wir haben fast 50 Prozent des ganzen Manga thematisiert. Ach so, wenn du die Bänder Talks plus die Chapter, dann würden uns jetzt wahrscheinlich noch so Chapter 358 bis 894 fehlen. Der One Piece Donut. Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich so 48 Prozent oder 47 Prozent. Aber auch krass, ne? Dass immer noch die Hälfte fehlt. Ja, es ist heftig. Ey Leute, wir bringen halt literally jede Woche halt was raus. Und trotzdem haben wir nur die Hälfte. Und der Bänder Talk ist ja eigentlich schon das Zeitraffer-Format. Ich will das so mit 10 auf 1 besprechen. Also auch das für alle Leute, die vorhaben, irgendwann mal komplett One Piece nochmal zu besprechen. Viel Spaß dabei, so. Aber es dauert schon sehr lange. Fangt am besten schon mal an. Ja, genau. Wirklich. Genau. Unser Ziel ist ja so ein bisschen, dass wir vielleicht den Bänder Talk passend zum Ende der Story fertig kriegen. Aber ich bezweifle, dass wir das hinkriegen. Das wird länger dauern, glaube ich. Das wird, glaube ich, länger dauern. Außer Oda macht mehr Breaks, dann glaube ich schon. Aber wir sind so ein bisschen wie der Anime. So, der halt, nachdem der Band zu Ende, nachdem der Manga zu Ende ist, habt ihr noch den Anime und uns. Wir ballern noch. Dann reviewen wir Folgen. Dann werden es nicht mal nur Chapter, dann geben wir auch auf die Folgen ein. Genau. Wundervoll wird das. Ach ja. Leute. Dann denken wir uns auch noch Filler aus. Das auch noch. Dann können wir die ganzen Filler mal besprechen. Dann besprechen wir auch Navarone und so. Ja. Ja, Leute. Jetzt schon keine Lust mehr drauf. Ja, wir hören uns nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.